Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Die Zeiten sind düster, die Zeiten sind dunkel, wir brauchen dringend Abwechslung und vor allem Ablenkung. Ich hoffe, dass wir diese jetzt endlich bei Black Mirror gefunden haben und damit herzlich willkommen zur Besprechung der sechsten Staffel von Black Mirror. Startet aktuell irgendwo auf Netflix. Seit ein paar Tagen können wir uns bereits die fünf Folgen der Staffel anschauen und ich freue mich tierisch, das ganze Ding heute nicht alleine besprechen zu müssen. Habt deswegen mit im Boot den Dom Moinsen! Ja, nabend auch. Was gibt es Besseres, als der Realität zu entkommen, als Black Mirror, oder? Das ist genau so ein Ding einfach, ja. Also, eigentlich ist es ja genau das, was Black Mirror so auszeichnet. So ein bisschen Eskapismus, Dystopie ist natürlich eine Anthologie-Serie, das heißt, du brauchst da nichts aufbauen, das irgendwie in Erinnerung behalten. Es geht um Technik und das ist immer irgendwie auch so ein bisschen sozialkritisch. Das sind zumindest die Sachen, die ich von Black Mirror erwarte. Wie geht's dir denn da? Ja, durchaus auch. Es hat sich natürlich auch ein bisschen jetzt insbesondere in der Staffel gewandelt. Man merkt, was da jetzt auch für eine Zeit zwischen lag. Wir müssen ja kurz anmerken, wir haben ja die fünfte Staffel zusammen besprochen mit dem Kollegen Patrick. Der war ja hier letztens auch mal wieder zu hören nach längerer Pause. Und ja, Stichwort Pause. Black Mirror hat uns jetzt ganz schön lange zappeln lassen. Ich glaube, das war im Sommer 2019. Das war die fünfte Staffel mit drei Episoden. Unter anderem der berühmt-berüchtigten Miley Cyrus-Episode. Und ja, seitdem war Pause. Hattest du mitbekommen, wo da so die Gründe liegen, dass es jetzt so lange gedauert hat? So richtig mitbekommen, nee, habe ich hier nicht. Aber ich frage mich auch gerade, ob die Pause jetzt was war, was ich so hätte richtig mitbekommen können. Denn schließlich gibt es draußen auf dem Markt eine ganze Menge Science-Fiction-Serien und vor allem auch inzwischen eine ganze Menge Science-Fiction-Anthologien, die wirklich eigentlich eins zu eins auch Black Mirror-Staffeln sein könnten. Ich möchte nur mal erinnern an die Serie Solos. Das war auch so ein kurzes Ding. Gibt es bei Amazon, glaube ich, läuft das. Oder auch sowas wie Love, Death and Robots passt, auch wenn es Animation ist. In einem gewissen Rahmen volles Rohr in genau diese Schiene rein. Und da gäbe es noch weitere Sachen, die mir gerade nicht einfallen. Ich glaube, insbesondere Amazon hat da auch noch irgend so ein Ding am Start, deshalb fällt mir gerade der Name nicht ein. Aber ich sage mal so, Science-Fiction-Anthologien, vor allem auch mit einem dystopischen Einschlag, die gab es zuletzt wirklich hier und da. Hast du es denn vermisst, Black Mirror? War das was, worauf du jetzt so sehnsüchtig gewartet hast? Ja, die letzte Staffel war ja schon ein bisschen schwächer, sagen wir es mal so. Also gerne reinhören. Ich habe auch schon vieles wieder vergessen. Allerdings sind viele ältere Folgen, einige, wo ich mich heute noch mit Freude daran erinnere. Also manche sind ja wirklich so Blaupausen, wo du dir denkst, ach ja, also da könntest du jetzt auch einen vollwertigen Kinofilm rausmachen. Und ja, andere Anthologien gibt es natürlich auch. Also hier stimmt, Love, Death and Robots hatten wir letztes Jahr auch besprochen. Meine Güte, schon wieder ein Jahr her. Hatte ich mit Torben zusammen gemacht. Ist auch viel länger geworden als geplant. Ich bin gespannt, wie lange das hier wird. Und ja, vermisst, also ich hatte mich schon gefragt, ob es, weiß ich nicht, ob Netflix vielleicht irgendwie es an die Luft gesetzt hatte. Also ursprünglich hat hier der Showrunner Charlie Brooker, der wirklich nahezu alle, ja ne, alle Skripte eigentlich schreibt, hatte ja gesagt, dass er sich jetzt irgendwie unter Corona eine Auszeit genommen hat. Auch unter dem Gesichtspunkt, ja, die Welt ist schon scheiße genug. Da braucht man nicht auch noch eine Serie, bei der neun von zehn Enden Bad Endings sind. Und von Zerfall der Gesellschaft und Technologiewahn und was weiß ich erzählen. Der wahre Grund ist allerdings noch was anderes. Und zwar, die Serie, die hat ja ursprünglich in Großbritannien gestartet, bis sie dann von Netflix gekauft wurde, ab der dritten Staffel. Und es war aber so, dass Charlie Brooker und seine Gattin Annabelle Jones, die auch immer im Abspann steht als Produzentin, die haben Anfang 2020 die Produktionsfirma verlassen, die das Ganze ursprünglich hochgezogen hat. Und so hatte Charlie Brooker, ja, der hat auf Deutsch gesagt, die Rechte an seinem eigenen Werk verloren zwischendurch. Und dann hat Netflix anscheinend ordentlich Geld in die Hand genommen und Beziehungen spielen lassen, um ihm dann seine eigene Marke praktisch wieder zurückzukaufen. Und währenddessen hat er ja für Netflix, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dass Death to 2020 und Death to 2021, diese Mockumentaries, die schon auch echt amüsant waren, mit ordentlich Star-Power, ja, waren halt so Quarantäne-Projekte. Und ja, ich denke mal, dass er auch sehr, sehr viel im Corona-Lockdown geschrieben hat. Und bei einigen Folgen, hier wird es wirklich diesmal sehr offensichtlich, dass die, ja, Erzeugnisse von Corona sind, sag ich mal, ne? Ja, werden wir gleich ins Detail mal drauf eingehen. Ich habe mir da so im Detail gar nicht Gedanken drum gemacht, ob die jetzt tatsächlich auch unter Corona-Bedingungen gedreht wurden oder so. Das habe ich jetzt, auf die Schnelle könnte ich keine Folge nennen. Okay, ja, das kann ich mir schon vorstellen, weil jetzt so von der reinen Produktion her wüsste ich auf die Schnelle jetzt nicht, dass da, ich müsste wirklich drüber nachdenken, ob es da irgendwelche Folgen gab mit sehr vielen Solo-Szenen. Ja, oder lass doch mal direkt einsteigen in diese sechste Staffel, die, ich weiß gar nicht, also Netflix macht jetzt ja generell nicht so mega viel Werbung, die war dann halt so ein bisschen da irgendwie, also ich hatte sie nicht irgendwie auf dem Schirm und wurde auch nicht unbedingt mit Mails zugeballert dazu. Das ist bei sowas wie The Witcher zum Beispiel komplett anders, die ständig irgendeine E-Mail von Netflix, nur da irgendwie nicht. Und wenn man auf Play klickt, bei der sechsten Staffel gibt es da, wie gesagt, fünf Folgen. Die erste davon ist Joan is Awful. Ja. Und die Frage, um was es da geht, die kann man recht fix beantworten. Ich versuche hier jeweils die Storys ein bisschen zusammenzufassen und Dom, du bist herzlich eingeladen, gerne noch zu ergänzen. Gerne. Im Zentrum von Joan is Awful steht die von Annie Murphy gespielte Joan. Sie ist irgendwie so eine Art Teamleiterin bei einem Technikunternehmen und sie ist halt einfach so ein Mensch. Die führt eigentlich ein ganz normales Leben. Und irgendwann, da kommt sie nach Hause und da will die eine Runde chillen und dann merkt sie plötzlich, dass als sie durch ihren Streaming-Anbieter zu Hause vor der Glotze so durchsappt, wie wir das alle vielleicht machen, ich glaube Streamberry heißt der, glaube ich. So durchsappt, merkt sie halt, dass da irgendwie so eine Serie ist, die heißt genau wie sie, die heißt nämlich auch Joan is Awful. Und die Figur, die auf dem Poster zu sehen ist, gespielt von dem Fall aber von Selma Hayek, heißt auch Joan. Und eigentlich handelt die Serie, die sie da selbst zu Hause in ihrem Fernsehen quasi guckt, von ihrem Leben. Das sind eins zu eins dieselben Szenen, dieselben Vorkommnisse und teilweise auch wirklich nahezu dieselben Dialoge wie die, die sie noch am selben Tag erlebt hat. Und das ist natürlich total kurios, weil nicht ganz klar ist, wie kann das eigentlich alles sein? Vor allem so unmittelbar, so zeitnah sind irgendwelche Handys und Sprachassistenten, die im Hintergrund unbewusst mitlaufen, schon die einzige Erklärung für genau dieses Problem? Oder steckt doch eine ganze Menge mehr dahinter? Und was hat eigentlich Selma Hayek damit zu tun? Das ist so ungefähr der Aufhänger der Folge. Und nun ja, da steckt einiges drin, Dom, oder? Da steckt einiges drin. Man kriegt es ja schon wirklich geradezu aufs Auge gedrückt, wenn man die Folge startet. Denn ja, ich meine, man lockt sich ja vorher in Netflix ein. Und sobald die Folge startet, hat man das Gefühl, man sieht eigentlich dasselbe nochmal. Denn der Titel Joan ist awful wird einem wirklich eins zu eins im Netflix-Fond präsentiert. Und das ist halt auch kein Zufall, weil diese ganze App, die sie auf ihrem Fernseher haben, also Streamberry, das ist eins zu eins ein Netflix-Klon. Also du hast selbst denselben Sound, wenn die die App öffnen, abends vorm Fernseher. Und ja, das kann man schon mal sagen, diese ganze Folge ist ja irgendwo sogar eine Abrechnung mit Netflix. Ja, ich frage mich, ob es das eigentlich ist. Also ich frage mich das wirklich. Es ist diese Meta-Ebene drin, klar. Und natürlich, es ist ja auch, Leute, von der Stilistik, es ist ja eindeutig Netflix. So, und jetzt ist Netflix total, ja, innovativ und so. Und dann ist auch so Selbstkritik drin und so. Aber spätestens dann, wenn es darum geht, dass das Ganze ein bisschen aufgelöst wird, warum ist jetzt eigentlich so, dass da quasi die Serie ihres Lebens existiert und vielleicht das nicht die einzige Ebene ist von Serien, von Leben, die existieren, dann frage ich mich dann irgendwann schon, okay, da kommt ja dann auch dieses Ding mit diesen künstlichen Figuren, wo quasi nur Gesichter, Gesichtsrechte, Nutzungsrechte von Schauspielern genutzt werden, um mit denen Geschichten zu erzählen. Ist es nicht viel eher eine Kritik in der Richtung? Weil mir wäre jetzt nicht bekannt, dass es da bereits Projekte in irgendeiner Form gibt und insbesondere keine Projekte, die wir auch schon auf Netflix gesehen hätten. Ich glaube also, dass hier einfach Streamberry so ein bisschen halt mittel zum Zweck ist. Es ist ein bisschen lustig gemeint und jeden anderen Anbieter hätten sie auch nicht richtig nehmen können, sonst hätte es wahrscheinlich Klagen gehagelt. Ja, ich würde sagen, teils, teils. Es ist sowohl mittel zum Zweck, aber sie haben schon einige Spitzen drin. Also allein schon, wenn die irgendwie abends vom Fernseher anmachen und, ach nee, ich ertrag nicht noch eine True-Crime-Serie beispielsweise, die dann ja auch lustigerweise direkt auf die zweite Folge referiert. Wir haben auch so einige Easter Eggs und Anspielungen auf verschiedene Episoden. Also einmal war da zum Beispiel das hier, von hier Bender Snatch war da zu sehen im Thumbnail. Also hier Will, ach wie heißt der jetzt nochmal, egal, der Typ, der die Monobraue hat, genau. Und ja gut, wie da jetzt irgendwie die Daten erhoben werden, da wird drauf angespielt. Was aber eben ganz amüsant ist, dass sowohl sie als auch Samma Hayek und wahrscheinlich auch jeder zweite Netflix-User, Schrägstrich Streamberry-User, die AGBs nicht gelesen hat. Und das kommt jetzt mit voller Wucht hier zurück. Und vor allem ist diese Folge doch auch sehr, sehr nah, vielleicht sogar noch ungewollt näher am Hier und Jetzt. Weil wenn du überlegst, wir haben im Moment Autorenstreik in Hollywood. Ja. Und Chat-GPT, Deepfake, das ist alles sehr weit auf dem Vormarsch. Und einer der Gründe, warum es diesen Autorenstreik gibt, ist ja auch, ja, dass Netflix und andere Konzerne immer mehr auch mit KI experimentieren. Was zum Beispiel auch Schnitt und Dramaturgie angeht. Und Bildrechte und jetzt eben, ja, dann auch, also das ist ja einer der Hauptgründe für den Autorenstreik, dass viele Drehbuchautoren wirklich Angst haben, dass sie demnächst durch Chat-GPT ersetzt werden könnten. Und deshalb ist das hier sehr, sehr tagesaktuell. Eigentlich sogar tagesaktueller, als es vermutlich beabsichtigt ist. Aber irgendwo ist es dann auch ziemlich bemerkenswert, dass das jetzt wirklich genau während des Autorenstreiks veröffentlicht wird. Ja, das ist natürlich eine ganz interessante Parallele, die du da ziehst. Und ich habe insofern da eigentlich auch ein Standing, wenn es um die Frage geht, ja, von diesen Bild-KIs, ja, die halt letztlich Bilder kreieren. Die ja wiederum selbst ihre Informationen und ja letztlich Datenbanken speisen aus bereits existierenden, tatsächlichen Bildern. Und soll ja eigentlich so eine Art Diebstahl über weite Teile letztlich vornehmen, um aus dieser irgendwie zusammengecocktailten, nennen wir es mal Kunstmasse, ihr Werk zu schaffen. Und insofern habe ich da schon eine Meinung zu. Und meines Wissens ist es so, dass insbesondere Chat-GPT und generell das KI-Ding hat halt so ein bisschen noch ein Problem damit, wirklich, nun ja, eine Art Dynamik mit in die Geschichten reinzubringen. Irgendwas zu schaffen, was jetzt noch so wirklich, also gar nicht mal überraschend ist, aber was das Ganze irgendwie rund wirken lässt. Es sind ganz oft einfach ziemlich abgehackte, nach Algorithmen erstellte Dinge, die funktionieren irgendwie auch, aber wenn du da quasi zehnmal denselben Actionfilm machen lässt, mit Variationen oder andersrum, mach mir zehn Actionfilme mit, keine Ahnung, Chris Hemsworth in der Hauptrolle, kriegst du zehnmal nahezu identische Actionfilme mit Chris Hemsworth. Weil da eigentlich immer irgendwie dieselben Grundlagen zur Berechnung genutzt werden und da ist jetzt insofern keine wirkliche Kreativarbeit drin, was es natürlich auch im Ergebnis alles ein bisschen weniger spannend macht. Und also ich sag mal so, hier in dem konkreten Fall, wo es ja letztlich darum geht, wie kommt jetzt die Serie zustande, auf welchen Daten basiert das, für welche Kunden wird das gemacht und das wird dann ja später noch ein bisschen ausgeschmückt. Und das ist so, für so einen Kurzfilm wäre das cool oder für eine Sci-Fi-Kurzgeschichte, aber das hat sich, meines Erachtens, hat sich dieser eigentliche Aufhänger super schnell erledigt, ist super schnell irgendwann langweilig. Zum Glück bekommt die, meines Erachtens, wirklich fantastisch aussehende Selma Hayek in dieser Folge. Hier noch einen größeren Schwerpunkt nochmal, das fand ich toll, das hat die Folge auf jeden Fall für mich nochmal aufgewertet, an der ich zwischenzeitlich schon auch mal das Handy ausgepackt hatte, muss ich sagen. Weil ich einfach nicht so reingeklaugt wurde. Vermutlich, vermutlich ey. Und dann geht es später nochmal und dann ist aber auch wieder dieses Ende, boah, weiß ich nicht, komme ich nicht so rein, ist nicht so meins. Wie gesagt, alles ganz cool, aber ich tue mich ein bisschen schwer und die Meta-Ebene, weiß ich nicht, ja klar ist die da irgendwie drin, aber das hätte ich mir alles auch ein bisschen smarter vorstellen können. Also ich fand es im Großen und Ganzen eigentlich ziemlich amüsant. Sam Hayek habe ich seit Jahren nicht mehr so gut gesehen, also man merkt auch, die hat richtig Spaß daran, irgendwie auch mit ihrem Image zu kokettieren. Also an einer Stelle wird ja beispielsweise mal erwähnt, dass sie Legasthenikerin ist, was der Tatsache entspricht. Also ich hatte jetzt auch gelesen, dass sie sogar erst schwer überlegen war, ob sie das Ganze nicht ablehnen soll, weil da ist ja eine Szene, die durchaus, ja schon echt anstößig ist. Und die hat Charlie Brooker wahrscheinlich auch deshalb geschrieben, um sie da irgendwie auch ein bisschen zu provozieren wahrscheinlich. Ich bin aber auch sehr froh gewesen, ich hatte wirklich erst gedacht, dass sie einfach nur ein Avatar ist in dieser CGI-Konstellation und war dann doch sehr überrascht, als sie dann wirklich, als sie selbst auftaucht und einfach, ja, wunderbar selbstironisch agiert. Es ist natürlich auch alles sehr überspitzt, es ist ja irgendwo, es ist eine schwarze Komödie ein Stück weit, auch im Hinblick auf die Joan-Figur, die ja, ja, doch als relative Unsympathin eingeführt wird. Wobei, ich muss sagen, da hätten sie noch ein bisschen mehr All-In gehen können, oder? Also, klar, die verhält sich schon arschig, aber da wäre noch mehr gegangen. Ja, weil so arschig ist es gar nicht, das sind alles so Schritte, die sie macht, die kann ich nachvollziehen, die würde ich wahrscheinlich auch machen. Ja, das ist es halt. Ja, aber vielleicht unterstreicht das halt nochmal, ohne das Ende jetzt verraten zu wollen, wie künstlich das alles ist und wie wenig kreativ dann damit auch, vielleicht muss man es positiv sehen und dann diese Meta-Ebene da rausziehen, ich habe keine Ahnung. Ja, die muss man sich schon rausziehen. Weiß nicht, das Ende generell dann, das ist absolut die Auflösung dann auch davon und so Friede, Freude, Eierkuchen, die allerletzte Szene hat mich auch an den letzten Spider-Man-Filmen, das ist quasi genau dasselbe, nur mit zwei Frauen. Also, ich weiß nicht, boah, keine Ahnung. Und Fußpässe. Das ist mir jetzt nichts, aber ich, ah ja, positiv, damit ich vielleicht nochmal auf einer positiven Note hier enden kann, möchte ich erwähnen, dass mir natürlich Ayo Edebiri aufgefallen ist, die kenne ich persönlich unter anderem aus The Beer, das ist eine aktuelle Serie, die jetzt ihre zweite Staffel bekommt, kann ich sehr empfehlen, geht ums Kochen, also eher um eine kleine Küche. Ah, um Disney Plus, ne? Ja, Leute. Genau, ja. Ja, genau, ist ganz cool, kann man echt mal reinschauen und hat auch wohl mit bei der Serie What We Do in the Shadows mitgespielt, keine Ahnung, vermutlich hat sie gerade eine Sprechrolle irgendwo in Spider-Man Across the Spider-Verse, aber ich glaube, das haben ungefähr 300 Leute, diese Sprechrolle in diesem Film. Nun gut, also ich wollte ja mal positiv erwähnen, dass sie da drin war und fand ich ganz cool. Ja, definitiv, also ich fand die Besetzung insgesamt auch echt gut, diese Annie Murphy ist tatsächlich auch eine Meta-Ebene, weil die spielt sich ja eigentlich selbst und der Ursprung dafür ist, also es wird ja an einer Stelle referiert, dass sie irgendwie aus dieser Serie und die heißt wirklich so Shits Creek bekannt ist und die ist vor allem in erster Linie drin, weil Charlie Brooker wohl viel Zeit im Lockdown mit dieser Serie verbracht hat, wie sehr, sehr viele andere wohl auch. Mhm. So psychologische Aspekte im Hinblick auf Netflix waren ja auch drin, die fand ich auch sehr interessant, also auch dieses, also das ist natürlich jetzt auch nicht bahnbrechend neu, aber dieses, ach ja, mit negativen Emotionen erzeugen wir immer mehr Resonanz als mit positiven beispielsweise, also da wird ja die Frage gestellt, warum heißt die Sendung Joan is awful und nicht zum Beispiel Joan is awesome, ne? Ähm, das ist zwar alles bekannt, aber das fand ich durchaus ganz gut eingebettet und das Ende, er verhebt sich ein bisschen, also Charlie Brooker mit, mit, dass er nicht nur irgendwie Metaverse mit drin haben will und eben auch hier Algorithmen und Quanten, äh, Computer und sonst was, sondern auch noch, äh, Multiversen. Das wird ein bisschen viel, wobei ich, äh, das dann auch ironisch fand, äh, was da dann eigentlich für ein unendlicher Prozess losgetreten wurde, ne? Also ohne jetzt so viel zu verraten, aber da taucht ja noch eine sehr, sehr prominente Person auf, zumindest so ganz am Rande. Ja. Und das fand ich doch dann wiederum sehr drollig. Du meinst jetzt, weil man ihn auch schon mal, das ist ein Mann, weil man ihn schon mal in auch einer anderen Rolle gesehen hat, wo er quasi genau das spielt, nur halt als Hauptfigur, ne? Genau, beispielsweise, ja. Ähm, und, äh, ja, hier, äh, Ben Barnes hatte einen ganz kurzen Auftritt, den kennt man ja aus, äh, Shadow and Bone oder auch aus, äh, Westworld. Insgesamt, also, solider Einstieg, würde ich sagen, waren schon schöne Ideen drin, ich fand's auch sehr kurzweilig und teilweise auch sehr amüsant. Ich war ehrlich gesagt erstaunt, wie derbe diese Folge ist. Also da merkst du richtig, wie die, wie die, die künstlerische Freiheit bei Netflix ausloten mit wirklich, äh, Mock-Speech, würde ich schon sagen, ne? Also, Samma Hayek zieht ja ordentlich vom Leder. Ich meine, wie sie es auch in vielen ihrer Filme macht, aber das ist ja nochmal eine Stufe weiter. Es geht ja fast schon Richtung Persiflage hier. Hat für mich aber sehr gut funktioniert, weil, äh, gerade Samma Hayek immer mit einer ordentlichen Portion an Selbstironie da angegangen ist. Auf jeden Fall ist Samma Hayek hier auch mein Highlight in der Folge, da sind wir uns wohl einig. Dahingehend zumindest, ja. Bin mal gespannt, wie lange es so bleibt. Yo! Ich hätte alles zu Folge 1 gesagt, wie geht's dir? Wir wollen natürlich, also es ist jetzt auch kein, kein, äh, hundertprozentiger Spoiler-Talk hier. Sie haben am Ende einfach ein bisschen, es, es ist ein bisschen viel und es wirkt ein bisschen gewollt. Und auch jetzt den, äh, also man, man kann's ja zumindest sehen, dass er in der Besetzung ist, dann muss man jetzt nicht so, äh, ausführen. Aber, ja, hier mit Michael Cera fand ich zwar amüsant, aber vielleicht auch ein bisschen zu viel. Das war fast schon so ein Meta-Moment, der sich erst irgendwie ernst nimmt und dann eigentlich sogar sowas verarscht, auf was Christopher Nolan gern mal zurückgreift in seinem Film beispielsweise, ne? Aber, äh, ja, war schon okay, also den Meta-Aspekt fand ich schon amüsant und, ja, wie gesagt, es ist, also, es ist schon sehr, sehr nah. Also die Folge, die fühlt sich, und das zeichnet für mich auch Black Mirror aus, das sind wirklich so, äh, Sachen, die wirken auf den ersten Blick wie Science-Fiction. Und wenn du dann aber halt drüber nachdenkst, was da alles grad so im Gange ist und jetzt auch im Hinblick auf Autorenstreik von wegen, ja, die Streaming-Dienste, also du musst bedenken, der letzte Autorenstreik dieser Art ist 2007 gewesen. Da gab's doch keine Streaming-Dienste oder irgendwas in der Richtung. Netflix hat da noch DVDs verschickt, was weiß ich. Und jetzt ist das halt alles auf einer ganz anderen Ebene. Da steht sehr, sehr viel Still. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast hier, äh, es war ja jetzt heute Nacht passenderweise dieses To-Dum-Event von Netflix. Und ganz ehrlich, sie konnten da nichts großartig präsentieren. Ich mein, bei Wednesday sitzen sie da und reden über irgendwelche Fan-Theorien und meinen dann, ach ja, also die Storyline der zweiten Staffel ist noch so top-secret, die kennen wir nicht mal. Und dann denk ich mir so, ey, wahrscheinlich kennt die keiner von euch, weil die ist noch nicht fertig. Mhm. Also, da ist im Moment sehr, sehr viel im Gang und das findet sich auch in dieser Folge wieder. Und wenn man das dann auch noch mal unter dem Aspekt betrachtet, das hatte ich jetzt auch gelesen, ähm, Charlie Brooker hat diese Folgen tatsächlich, also die Reihenfolge, die Netflix einem offeriert bei dem Ganzen, ist genau die umgekehrte, in der die Folgen geschrieben und wohl auch gedreht wurden. Das heißt also, die hier ist am allernächsten am momentanen Zeitgeschehen. Und das merkt man sehr stark, wie ich finde. Ja, da würde ich dir zustimmen, das ist die, was die inhaltliche und vor allem auch technische Seite angeht, die, die am, ja, wirklich zeitgemäßesten oder am modernsten am, weiß ich genau, was das Wort du gerade benutzt hattest, ist. Das stimme ich dir total zu. Jo, dann springen wir doch mal weiter zu Folge Nummer zwei. Und die trägt den Titel Loch Henry. Ja. Eine Anspielung, glaube ich, auf Loch Ness wahrscheinlich. Sehr so viel. Wobei ich gar nicht so genau weiß, warum eigentlich. Denn wir beobachten oder andersrum begleiten viel eher Pia und Davis dabei, wie sie ins alte Heimatstädtchen von Davis kommen. Pia, gespielt von Myhala Harrell und Davis McCardle, gespielt von Samuel L. Blanken, sind Filmproduzenten, währenddessen sie eigentlich die Studentin, die Filmstudentin von ihm ist. Unser Davis ist nämlich eigentlich an irgendeiner Hochschule, whatever, als Dozent auch tätig. Haben sich jetzt zusammengetan und wollen eine Dokumentation drehen. Denn irgendwo im Nirgendwo gibt es einen Typen, der macht irgendwas mit Eiern, auf die er aufpasst. Und das klingt in der Beschreibung von dem, was wir in der Folge hören. So ein bisschen, sagen wir mal, semi-spannend. Da muss es irgendeinen Aufhänger geben, den wir noch nicht verstanden haben. Aber praktischerweise kann man diese Dokumentation drehen in der Nähe von Davis' Heimatstadt. Das heißt, sie nutzen die Gelegenheit und fahren zu Davies' Mutter, damit, die beiden sind übrigens zusammen, die Mutter auch mal, keine Ahnung, einfach mal die Freunde von ihm kennenlernen, von ihrem Sohn. Und wie das dann so ist, man klappert so ein bisschen das Städtchen ab. Der alte Kumpel Stuart wird wieder getroffen. Der schmeißt inzwischen dort vor Ort den letzten von ursprünglich mal drei Pups. Und es ist ein nettes, kleines Zusammenkommen in einem Städtchen, in dem eigentlich sonst nicht mehr so viel los ist. Warum eigentlich? In dem Städtchen ist deswegen nicht mehr so viel los, weil da mal Morde stattfanden. Ein junges Pärchen wurde dort relativ grausam abgeschlachtet. Und relativ schnell wird klar, dass das dem Tourismus nicht so gut getan hat. Ich glaube, es wird sogar zitiert, dass wenn auf TripAdvisor steht, dass hier, keine Ahnung, Leute getötet werden, ist es nicht so gut für den Umsatz der Hotels. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Nun ja, relativ schnell wird der Pia dann klar, dass das vielleicht die bessere Geschichte ist, die man in der Dokumentation erzählen sollte. Und es geht darum, dann vielleicht sich da ein bisschen einzuarbeiten in die Frage, wer hat hier eigentlich wen, warum umgebracht, wer ist alles involviert und was für dunkle Geheimnisse sind in diesem kleinen Heimatstädtchen von Davis noch so zu finden. Ja. Ja, kann man so sagen. Ist so in den Grundzügen. Also wir werden jetzt natürlich nicht, ist ja jetzt, wie gesagt, kein Spoiler-Talk hier. Man kann auch gut drüber reden, ohne zu spoilern. Ja, ich hatte schon mitbekommen, dass du nicht so begeistert bist von den meisten Folgen dieser Staffel. Ja, tatsächlich. Wir werden das später nochmal zum Thema machen, warum ich wann, von was ich begeistert bin. Aber hier ist es so, dass der Technikanteil halt zum Beispiel nicht sonderlich ausgeprägt ist. Das ganze Ding ist halt, ist cool, macht schon irgendwie Spaß und ist halt auch düster als Horror. Der ist da natürlich auch mit drin. So wie ich generell finde, dass das eher eine Staffel ist, die wegen ihrer Horrorelemente überzeugt oder zumindest das zum Kernthema macht und weniger das ganze Technik-Ding. Denn technisch ist hier nicht mehr so viel. Klar, es geht ein bisschen um Aufzeichnen mit Kameras. Es geht ein Stück weit um Schnitt auch, um alte Tapes irgendwie, die benutzt werden, überspielt werden und so. Das ist alles so ganz nett. Aber hier gibt es jetzt keine, ja keine Ahnung, so abgespacedes Sci-Fi, wie wir das halt in anderen Folgen schon hatten. Und ich frage dich mal zum Beispiel, haben wir doch dieses Pärchen, ne? Pia und Davis. Hattest du das Gefühl, dass da irgendeine Art von Chemie zwischen den beiden ist? Oh, ich fand's okay. Also da ist ja eine Szene, wo sie irgendwie mal, ja, etwas intim werden wollen. Und das war dann auch eher so ein bisschen cringe. Was ich mochte an der Darstellung von denen war so dieses Unmittelbare. Also man hat schon sehr oft gehört bei gerade jungen Dokumentarfilmern, dass sie eigentlich was ganz anderes machen wollten und dann auf eine Geschichte gestoßen sind, die sie dann aber viel interessanter fanden. Beispielsweise hier, es gab ja diese Scooter-Doku und die Regisseurin, die wollte ja ursprünglich eigentlich halt eine Konzert-Doku über Scooter drehen und dann kam aber der Lockdown. Und was hat sie stattdessen gemacht? Ja, wie Scooter den Corona-Lockdown erlebt haben. So macht man aus der Not eine Tugend und das wirkte hier tatsächlich sehr authentisch auf mich. Auch, dass die dann beide so, ja, dahingehend auch ein bisschen uneins waren. Du hast schon recht, der technische Aspekt spielt nicht so eine Rolle. Was hier aber sehr präsent ist und was auch dann sich irgendwo in der Black-Mirror-Formel wiederfindet, ist eben die Medienkritik. Ich hatte es ja schon angesprochen, dass es schon hier referiert wird, auch ja, hier der True-Crime-Serienwahn von Netflix und das setzt sich hier jetzt fort. Wenn du jetzt zum Beispiel mal so an die Stimmen gedacht hast hier mit, es gab doch hier letztes Jahr diese Jeffrey Dahmer-Serie, die ist ja auch ausgezeichnet worden, aber auch sehr, sehr umstritten, weil eben davon wieder sehr, sehr viel hochgespült wurde und letzten Endes, ja, zu Unterhaltungszwecken, muss man leider sagen. Und das findet sich hier irgendwo auch wieder, finde ich. Also, ob es jetzt die Mutter ist, bei der halt die Erinnerung des Trauma wieder hochkommt, auch bei dem Davis selber und auch wie das dann halt am Ende einfach vermarktet wird und wie ihm dann eigentlich als jemand, der davon auch direkt betroffen ist, das letzten Endes aus der Hand genommen und, ja, zu einem Konsum-Kommerzprodukt gemacht wird. Da wird ja auch wieder Streamberry referiert, ne, also am Ende der Folge sehen wir ja sogar dann den Trailer zu dem finalen, äh, zu der finalen Dokumentation oder Miniserie, was auch immer und das wirkte schon sehr, sehr echt, ne. Also, das hätte wirklich von Netflix sein können. Und, ähm, ja, dann auch hier, weiß ich nicht, äh, im Ort, äh, äh, also hier die, äh, hier dieser, dieser, äh, war das ein Kumpel von ihm? Ich weiß gar nicht, du, Schauspieler kanntest du nicht, ne, von dem Stuart, oder? Der Schauspieler von dem Stuart, den hab ich hier direkt vor mir, der trägt den Namen Daniel Portman. Genau. Und kennen kann man den laut der IMDb aus irgendeiner Game of Thrones-Saison, aus der Serie Karen Pirey oder Vigil, keine Ahnung, das sind Serien halt, Serien-Schauspieler. Genau, richtig. Man kennt ihn aus Game of Thrones, da ist er, äh, relativ, ach ja, das ist ein relativer Sympathieträger. Und ich muss sagen, ich mochte den Game of Thrones sehr gerne, ich hab mich auch gefreut, ihn hier zu sehen. Ich hab Probleme erst gehabt, ihn zu erkennen, weil der ganz schön, ja, doch ein bisschen in die Breite gegangen ist. Und ich muss leider sagen, ich fand ihn hier unglaublich nervig. Also, seine Figur sollte auch nervig und total vulgär und was weiß ich sein. Aber ich fand's doch, ich fand's schon sehr viel. Und, also, das war ich fast schon eine Karikatur von jemandem, der irgendwie, weiß ich nicht, da total gelangweilt ist, nur noch vor sich hinvegetiert da auf dem Land am Arsch der Heide. Und dem jedes Mittelrecht ist, da in, in den Ort, äh, wieder irgendwie, ja, Tourismus zu kriegen. Na, und dadurch natürlich dann auch Umsatz. Man kann's auch irgendwo nachvollziehen, aber, oh, der ist schon echt ein Arschloch gewesen, der Typ. Ja, ach, ich weiß es immer so, jemanden, der andere Leute auf einen Pint einlädt, der hat bei mir jetzt eher so einen Stein im Brett. Also, ich persönlich kann mit solchen Leuten durchaus umgehen, aber gerade, wenn du natürlich den Vergleich zu anderen Figuren hast, die er schon so gespielt hat, dann ist das bestimmt eine Überraschung gewesen. Er ist ja letztlich schon irgendwie auch einer, der ist ja eigentlich, also, unterm Strich meint das ja für alle nur gut. Durchaus. Also, ich meine, er will, dass die Doku läuft, er will, dass in seinem Städtchen ein bisschen was floriert, er will, dass seinem Vater besser geht und so. Also, ich fand da jetzt, eigentlich hat er bei mir eher nur so Sympathiepunkte geweckt, auch wenn er jetzt natürlich vielleicht nicht unbedingt jetzt der größte Akademiker in der Stadt. Ich muss sagen, seinen Vater fand ich ein bisschen verschenkt, der ist ja auch bekannt, das ist ja John Hanna, den kennt man ja als nervigen Bruder aus dem Mumie-Film. Und der hatte auch, du hast ja The Last of Us gesehen, da hat der ganz am Anfang, als dieser Pilzexperte den Auftritt. Ach ja. Der hat hier leider gar nichts zu tun, das fand ich ein bisschen schade. Generell, ich mochte, ach ja, ich mochte so diesen Lokalkolorit-Aspekt von dem Ganzen. Ich habe mich sehr oft an die Serie Sherlock erinnert gefühlt, wo irgendwie hier, da ist ja auch mal hier mit Hund von Baskerville und so. Und lustigerweise hat eine andere Folge, die auch in England spielt, dann einen Sherlock-Regisseur inszeniert, aber da kommen wir dann gleich zu. Also fand ich auch so von der Landschaft und so und auch sehr stimmungsvoll, ja, die Auflösung am Ende ist dann so ein bisschen, ist die Frage, fandest du es vorhersehbar? Fand ich es vorhersehbar? Boah, ist eine gute Frage. Ich glaube, ich fand es nicht vorhersehbar und das macht es im Nachhinein, also wenn du so überlegst, wer hat jetzt eigentlich was, warum gemacht und so. So, ich fand die Szene, wo man dann in der Retrospektive dann die Person auch die Dinge machen sieht und so, sogar ein bisschen merkwürdig abgedreht. Sollten sie auch sein. Sollten sie auch sein. Drogen- oder Alkoholeinflussstand oder so und dann die Aufklärung beziehungsweise die Bestätigung durch eine andere Person war dann auch eher so ein bisschen, ah ja, okay, ist halt jetzt so, als habe ich halt schlucken müssen. Ja, ich weiß nicht so genau. Also ich glaube, das sollte halt so ein Schockmoment sein und ich hätte zum Beispiel eher damit gerechnet, dass eine andere Person, also ich kann es aber konkret sagen, dass hier unser Davis, dass der halt irgendwie vielleicht so ein bisschen. Gleich im Keller hat. Genau, die nächste Generation des Schlechters oder so würde. Damit hätte ich jetzt eher gerechnet, weiß ich gar nicht so genau. Also ich habe damit nicht gerechnet, nee. Und ich fand tatsächlich auch das Ableben einiger Figuren überraschend harmlos, beziehungsweise überraschend zufällig und so. Hätte man vielleicht anders einfach krasser inszenieren können, aber wollte man hier scheinbar ganz bewusst nicht. Es waren, wie gesagt, es waren halt viele diese Horror-Aspekte. Gerade hier war halt wieder viel von dem drin. Ich sagte ja schon, Horror wäre so ein bisschen der halt, aus meiner Sicht, Aufhänger der Staffel. Zieht sich durch. Und wo ich dir auf jeden Fall auch noch zustimmen würde, wäre die Sache mit dieser Medienkritik. Wir sehen hier dann auch den Moment, wo sie versuchen, ihre Doku-Idee bei der Produktionsfirma zu pitchen. Und da gibt es natürlich ein paar konkrete Rückfragen auch zum letztlichen Verkaufswert der Idee. Was ist das Wert, was ihr da produziert und so. Und die Frage nach dem Aufhänger. Was ist vielleicht auch eine persönliche Bindung dazu. Das fand ich dann schon interessant zu sehen. Okay, was kann überhaupt die Motivation für so eine Produktionsfirma sein, da Geld reinzupumpen. Das fand ich eigentlich absolut nachvollziehbar. So läuft das, glaube ich, bei echt Menschen, die echte Filme drehen. Durchaus. Ja, es ist natürlich auch ein bisschen überspitzt. Wobei das Ende, das Ende ist ja auch, also ich meine, das von Jonas Awful würde ich so als bittersüß bezeichnen. Das hier ist, also man geht da nicht mit der besten Stimmung raus. Und auch die letzte Szene ist ziemlich deprimierend, weil ja, die Hauptfigur einfach sehr, sehr viel verloren hat und ihm irgendwie auch sein Werk, was er eigentlich gar nicht machen wollte. Ja, auch wirklich so ein bisschen, ein bisschen außer Hand genommen wurde. Ist ja auch durchaus eine Krankheit irgendwie. Also nicht nur bei Dokumentation, sondern eigentlich generell in der Medienbranche. Also ich habe ja schon mitgekriegt, der Staffel wird ja jetzt oft vorgeworfen, dass das eigentlich nicht mehr viel mit Black Mirror zu tun hätte. Ich finde hier und auch bei der Vorgängerfolge eigentlich nicht, das mag hier nicht so, haben wir ja schon erörtert, mag nicht so auf den technischen Aspekt gehen, aber Black Mirror hatte auch immer sehr viel Medienkritik im Gepäck. Und die hier ist, die richtet sich ja auch eigentlich wieder gegen Netflix, ne, letzten Endes. Ich hätte halt ein paar so Detailfragen, die das Ganze natürlich dann auch ein bisschen spoilen und so, aber am Ende tauchen zum Beispiel Videotapes auf von Morden. Mhm. Ja, ist eigentlich Spoiler jetzt, aber egal. Hört mal kurz weg da draußen. Da war ja dann so eine Folge zu Ende von dieser, ich weiß nicht, Renegar oder so ähnlich, keine Ahnung. Bergerac. Bergerac. Du musst überlegen, sie war ja Teil des Ganzen und das war ja auch, also sie war ja auch irgendwo stolz darauf. Das heißt, sie wollte es zwar noch im Regal stehen haben und auch wissen, dass das da vielleicht noch irgendwo drauf ist, aber zugleich wollte sie es halt auch nicht wegschmeißen. Und das fand ich schon, also so erzählerisch fand ich schon nachvollziehbar. Ich muss sagen, ich fand die Mutter auch tatsächlich sehr gut gespielt. Mhm. Ähm, ich bin mir, also was die Vorhersehbarkeit angeht, bin ich mir nicht sicher, weil das wird ja an einer Stelle mit dem Schnitt auch sehr clever aufgebaut, ne. Da wird sie auffällig oft gezeigt und dann denkt man sich so, hä, in welche Richtung führt das jetzt? Ich hatte auch ein bisschen was anderes vermutet, aber das, was sie draus gemacht haben, hat mir für sich genommen eigentlich gefallen. Also ich fand's auch sehr stark gespielt, muss ich sagen, von allen beteiligt. Ich fand auch die, ähm, äh, hier die, ach Gott, der Name ist unaussprechlich, tut mir leid. Und die fand ich auch gar nicht schlecht. Die hatte auch durchaus was, was, ja, schon recht freches eigentlich, ne. Und da war dann ja auch so, also diese Dynamik, ach ja, sie lernt jetzt die Eltern kennen und dann ist da auch so von Seiten der Mutter so eine gewisse, also natürlich so im Understatement, aber fast so eine, ja, halt Form der positiven Diskriminierung, ne, wie man das halt auch kennt. Ne, also dieses, ach ja, woher kommst du? Und das war schon, das fand ich in den Dialogen auch ganz gut, aber du hast schon recht, die Chemie zwischen den beiden, äh, Figuren ist so ein bisschen der, der Schwachpunkt. Ähm, und sie ist auch eindeutig der dominantere Part. Wenn ich dich so reden höre, dann möchte ich dir eigentlich auf gar keinen Fall widersprechen, weil letztlich sind das alles Punkte, da bin ich ganz bei dir und das stimmt auch schon zu. Ich glaube, dass das per se eine interessante Folge ist. Das wäre eine tolle Folge für eine Horror-Anthologie-Serie oder für irgendwas Richtung True Crime oder Reality irgendwas. Aber ist es halt nicht. Das ist Black Mirror. Ich will hier Technik sehen. Ich will hier einen technischen Aspekt sehen, der ins Extrem gedacht wird, um mir dann Dinge zu zeigen, über die ich in dieser Technikwelt noch nicht nachgedacht habe. Ja, okay, irgendwann ist da auch mal Schicht im Schacht und die haben jetzt mit sechs Staffeln ja auch schon einiges erzählt und so. Aber das ist nicht das, was ich bei Black Mirror sehen will. Sorry. Und eben erst recht nicht, wo ich auch andere zwischen Science-Fiction-Anthologien gefunden habe. Auch wenn die teilweise nur eine Staffel haben, muss man auch zur Verteidigung mal sagen, die sind nicht so langlebig wie Black Mirror. Aber ich will eigentlich das hier. Das ist ein bisschen meine Erwartungshaltung, die einfach jetzt schon nicht, also konkret auch bei der Folge nicht bedient wurde. Das finde ich schade. Kann ich nachvollziehen. Also vor allem jetzt auch nach der langen Pause bist du wahrscheinlich auch mit gewissen Erwartungen da rangegangen. Vielleicht waren die auch ein bisschen gedämpft nach der fünften Staffel, oder? Die ich eigentlich als gar nicht so schlecht in Erinnerung habe. Gerade wenn wir nämlich gleich auf die dritte Folge zu sprechen kommen, gibt es aus meiner Sicht eine ganz deutliche Parallele zu einer Folge aus der fünften Staffel. Ich glaube, das Ding mit dieser Popsängerin war ein bisschen dünn. Wie hieß die? Katie, Kaylee, Wrecking Ball? Ja, hier, Ashley Too mit Miley Cyrus. Miley Cyrus, genau. Die Folge fand ich in Teilen ja gelungen, aber zum Ende hin verrät die eigentlich das ganze Konzept. Also das fand ich ganz furchtbar. Das muss ich sagen. Also das ist auch für mich immer noch mit einer der schlechtesten Episoden der gesamten Serie gewesen. Bis zu diesem Punkt. So, und der Teaser muss erstmal reichen. Ja, abschließend kann man sagen, auch Loch Henry ist eine solide Episode. Die wirkt auch so ein bisschen wie so eine Rückbesinnung halt. Also ähnlich wie bei der fünften Staffel durch das Setting hier in Schottland zumindest. Äh, ja, so auf die Anfänge der Serien. Also es ist generell sehr auffällig, wie viel diese, diese sechste Staffel sehr die, die allererste referiert. Also nicht nur hier mit, hatte ich ja schon drauf verwiesen. Äh, wir hatten ja gerade hier gesprochen, die sitzen ja bei der Produktionsfirma. Im Hintergrund ist so ein Poster, äh, da stand etwas drauf mit The Callow Years. Und das ist wahrscheinlich, also Callow, so hieß dieser, äh, Premierminister, der in der allerersten Folge Black Mirror, also wirklich der allerersten Staffel, äh, ja, dazu genötigt werden sollte, vor der Kamera Sex mit einem Schwein zu praktizieren. Ähm. Und da kannst du jetzt davon ausgehen, das ist wahrscheinlich ein Politikerporträt. Das tauchte ja auch schon bei Jonas Awful irgendwie in der, in der, äh, Auswahl von, von Streamberry auf. Ne? Ähm, diese Querverbindungen, die fallen dir, glaube ich, nicht so auf, ne? Ne, auch gerade weil es schon ein bisschen her ist. Ich hab das im Detail nicht mehr so ganz so griffparat. Wer da, welche Firmen im Hintergrund und Postern hast du nicht gesehen? Das ist, glaube ich, eher nicht so meins. Ich denke eher die Twists, die sind, und auch die Themen, die mir im Kopf bleiben, auch Bilder, die man halt, dich einfach nicht so schnell vergesse. Also, wenn ich hier gerade so durch die Sachen scrolle, ich muss am Ende von Staffel 4, letzte Folge Black Museum über, sagen wir mal, eine Familiengeschichte einer schwarzen Familie und wie Leute in Erinnerung bleiben und so, da muss ich echt immer mal wieder dran denken, auch so aus heiterem Himmel, weil das einfach in Erinnerung bleibt. Das sind krasse Twists mit diesem Technikaspekt, der, ähm, das ist halt genau mein Ding. Also, das finde ich halt einfach subjektiv unterhaltsam, toll, erschreckend, was auch immer und das, oder, oder auch, wenn wir uns auch, ich bin total der Star Trek-Fan, ich sehe hier gerade ein Bild von dieser Star Trek-Hommage-Folge. Die ist großartig. Das ist einfach toll gewesen. Das war Science-Fiction, da war aber auch Kritik drin, da war aber auf jeden Fall immer dieser Technikaspekt, auch wie diese Star Trek-Folge dann aufgelöst wurde und so, und das ist alles hier nicht drin. Oder, ja, wir hatten es im Vorgespräch, Bendersnatch, Bendersnatch ist doch eine ganz andere Liga als das, was wir hier gesehen haben. Also, sorry, das ist, äh... Will natürlich was anderes. Also, das hier ist eher Medienkritik, würde ich sagen. Technik hast du halt insofern durch die, durch diesen Rückgriff auf irgendwie alte Tapes oder was, die sie dann digitalisieren. Wobei, da fand ich es mit der Bildsprache ehrlich gesagt komisch, weil sie haben sich an vielen Stellen ja Mühe gegeben, das wirklich so auf Oldschool zu trimmen. Also, diese Ereignisse hier, die gehen ja zurück, weiß ich nicht, da, da wird ja irgendwie gesagt, ach ja, das war erst irgendwie total auf der Nachrichtenagenda und dann ist aber Prinzessin Diana gestorben und da hat das hier keinen mehr interessiert. Also, war das Ende der 90er. Das war aber auch sehr inkonsistent, weil zum einen hatten sie da so, so verkrisselte Nachrichtenbilder oder was auch immer, irgendwie, irgendwie Handkamera oder, oder, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Camcorder aus den 90ern eben, so, so Blair Witch fast schon. Ja. Und, und dazwischen waren dann aber totale Hochglanzbilder manchmal, was irgendwie überhaupt nicht passen wollte für mich. Also, jetzt nicht direkt auf den Tapes, sondern das, was wir dann so, äh, äh, mit reingeschnitten bekamen. Das, das war irgendwie, das, das fühlte sich merkwürdig an. Das, das biss sich für mich so ein bisschen, was so die, die Authentizität da angeht. Und das waren auch nicht einfach irgendwelche Aufnahmen aus der neuen Zeitebene? Meinst du nicht, dass es einfach irgendwelche Außenaufnahmen waren aus der, äh, quasi Zeitebene, zu der aufgezeichnet wird, wo die Interviews geführt werden? Es ist, es ist so die Frage, vielleicht haben sie das, ja, ich meine, das Bildformat ist ja auch ein ganz anderes, ne? Die alten Dinger, die sind ja noch so in, in 4 zu 3 und wirklich mit so, so VHS, äh, äh, weiß ich nicht, hier, Stufenoptik. Und, äh, das andere ist ja, ist ja Hochglanz und in HD. Vielleicht habe ich das, ja, es kann sein, dass sie das da ein bisschen, ein bisschen zusammengemischt haben. Ist schon, schon gut möglich. Also, ne, auch so die, die Vergangenheit, die so, ne, das ist ja auch auf der Bildebene dann irgendwie Vergangenheit verschmilzt mit dem Hier und Jetzt, weil die Vergangenheit wieder hochkommen praktisch, ne? Vergangenheit verschmilzt mit dem Hier und Jetzt. Also, dann ist das vielleicht auch der Moment, wo ich, glaube ich, auch wieder, worum alles gesagt habe, zu Loch Henry, ein Titel, den ich echt immer noch nicht verstehe. Ist eine Anspielung. Warum auch? Wer ist, wer, wer ist nochmal Henry? Ich, ich glaube, ist, ist das nicht der Vater gewesen von ihm, oder was? Ich meine schon, das ist ja, also hier mit Loch ist ja, ist ja irgendwie, also hier Loch Nest, ne? Und, äh, äh, weiß ich nicht, hier Touristen, Pilger, Wallfahrtsstätte, was auch immer. Äh, letzten Endes haben sie das dann ja am Ende wahrscheinlich daraus gemacht, ne? Kann man von ausgehen. Natürlich auf den Schultern einer realen Familie, die das dann nochmal irgendwie mehr oder weniger durchleiden musste. Ist halt die Frage, wann das hier gedreht und geschrieben wurde, aber das hier kann man schon fast als einen indirekten Kommentar darauf verstehen, wie damals die Reaktionen auf diese Dama-Serie ausgefallen sind letztes Jahr, ne? Next one. Gut, gut. Gehen wir weiter in Folge Nummer 3 mit dem Titel Beyond the Sea und das ist meine persönliche Lieblingsfolge von NIT 5 gewesen. Ich wusste es. Bis auf eine Logiklücke und das Ende fand ich das echt alles ganz toll. Denn wir sehen hier zwei Astronauten, den Cliff Stanfield, gespielt von Aaron Paul und David Ross, gespielt von Joss Hartnett. Die sind irgendwo ganz weit draußen. Wo genau das ist, weiß man nicht. Ist auch ein bisschen egal, weil letztlich sind die halt in einem Weltraum, Raumschiff irgendwie. Es hat so ein bisschen was von 2001, aber nur ein bisschen. Aber voll, voll, so von der Kamera her, diese Symmetrie halt. Schon auch, gell? Ja. Und, aber eigentlich ist es wirklich vollkommen egal, wo die sind und was sie da machen, weil eigentlich geht es darum, dass die regelmäßig und ich glaube sogar den Großteil ihrer Zeit in so einer Art Schlafkabine sind und dort schlafen und dann ihr Bewusstsein übertragen wird auf unsere, diese Erde. Dort gibt es Replika ihrer eigenen Körper, aber halt mechanische Replika, die zum Beispiel nicht essen und trinken müssen, die jetzt auch zum Beispiel keine, ähm, kein Geschlechtsverkehr haben können oder so, aber die halt eben auf der Erde geblieben sind und dort weiterhin mit Menschen und insbesondere auch mit der Familie interagieren können. Also die ganze Menschheit weiß, dass das Replika sind. Das ist jetzt also kein Geheimnis, dass sie dann irgendwie, oh, ein Roboter sind oder so. Nun ja, und dann gibt es diesen einen grauenhaften Moment, wo einer der beiden Replika, also der von Josh Hartnett gespielte David Ross, wo dessen Replika zerstört wird, ähm, seine Familie wird brutalst abgeschlachtet und es steht die Frage im Raum, was machen wir jetzt eigentlich? Diese Mission, die ganz weit da draußen, da irgendwo stattfindet, die geht noch sechs, sieben Jahre und können wir jetzt den David Ross, also den Original, den Menschen David Ross eigentlich ganz alleine dort oben ohne irgendwelche Interaktionen leben lassen? Oder aber geben wir ihm die Gelegenheit, das Replika von Cliff, dem anderen Astronauten, zu nutzen und dann da gegebenenfalls mit Menschen zu interagieren? Das fand ich per se war eine geile Aufmachung. Ich fand, da war echt viel Potenzial drin und auch einiges von diesem Potenzial wurde genutzt, aber eben nicht alles. Und ich sehe auch ein paar Logiklücken, aber ich glaube, ich lasse dich erst mal zu Wort kommen. Wie waren deine ersten Eindrücke von der dritten Folge? Also ich habe mich sehr auf die gefreut, allein schon, weil ich Aaron Paul sehr gerne mag und Josh Hartnett hat man die jetzt wirklich seit tausend Jahren nicht mehr gesehen. Also der ist irgendwie auch, ja, ist natürlich ein bisschen gealtert, seit irgendwie, weiß ich nicht, was war das hier, 40 Tage, 40 Nächte oder was, vor 20 Jahren? Da war er eher noch so in der Teenie-Sparte und Kate Mara hat man auch schon länger nicht mehr gesehen, wobei ich weiß nicht, ich war immer bei der total abgelenkt. Hat die irgendwie, ich meine, ich will der Frau jetzt nichts Böses, die hat auch hier echt gut gespielt, aber hat die irgendwie eine Reha oder ein Entzug hinter sich oder weil, die sah echt nicht gesund aus in dieser Folge, fand ich. Und, aber ich hatte mich insgesamt drauf gefreut, wegen Aaron Paul, der ja, ja, der hat ja Erfahrung mit anspruchsvoller Science-Fiction, siehe Westworld, wo er in der vierten Staffel echt einen rausgehauen hat, schauspielerisch. Ja, ich war nur so ein bisschen verwirrt, also es ist, es ist nicht so ganz einfach, in diese Folge reinzukommen und sie ist ja auch sehr, sehr lang, die geht ja wirklich 80 Minuten und so vom Produktionsstandard kann man wirklich sagen, also wäre die noch so, sagen wir mal, zehn Minuten länger, was jetzt nicht heißt, dass sie zehn Minuten länger sein müsste, aber ganz ehrlich, die könntest du auch so ins Kino bringen, ne? Oh, ja, könnte man machen, aber auf jeden Fall nicht für ein breites Publikum, weil dafür ist es dann doch nicht, also nicht genug Action einfach, also da passiert dann auch, finde ich, da geht es um Dialoge, da geht es um Dinge, die man nicht sieht, das muss ich auch mal so konkret sagen, gerade in der finalen Szene, dass wir nicht, einige Morde nicht sehen, fand ich, war hier eine gute Entscheidung, weil das tatsächlich nichts gebracht hätte, aber ich habe so ein paar Logikfragen, also zum einen, okay, wir haben diese Replika auf der Erde und oben die Menschen, warum eigentlich nicht andersrum? Das habe ich mich auch gefragt. Gibt es irgendeinen plausiblen Grund, dass das nicht so ist, also weiß ich nicht, dann ist es so, dass halt, okay, keine Antwort drauf auf die Frage, wäre ja vielleicht auch ein bisschen langweilig, wenn es andersrum wäre, hätte man die Folge halt nicht gekriegt, okay, hacken dran, wie sieht es denn aus, wenn jetzt der eine Replikant quasi aus auseinandergenommen wird, wenn dessen Familie brutals abgeschlachtet wird, wenn wir sogar Leute haben, die sich stellen, weil sie das gemacht haben, müsste es dann nicht parallel dazu mindestens mal irgendeine NASA geben oder eine andere vergleichbare Agency, die sowas von dem Security-Apparat bei Familie Stanfield aufbaut, also müsste es da nicht irgendwas geben, die Ausrede, ja gut, wir sind jetzt ganz weit draußen und da, also die sind jetzt auf dem Land in Häuschen gezogen und das kennt, das ist dann doch ein bisschen dünn, finde ich irgendwie, also ich hätte mir das schon vorstellen können, dass gerade wenn das eine wichtige Mission ist, dass man da noch was macht, ja und ich kann das auch nicht verstehen, also warum gibt es, warum bauen die nicht einen neuen Replika, also was an diesem Roboter ist so individuell, dass man es nur zweimal bauen kann. Ja, sie hatten, sie versuchen es ja an einer Stelle zumindest irgendwie anzuschneiden, dass diese Replika wurden ja erstellt, als wir hier auf der Erde waren und auch jetzt im Hinblick auf die erste Frage, die du gestellt hast, die ich natürlich auch so ein bisschen im Kopf hatte, warum ist es nicht einfach umgekehrt, du musst bedenken, das ist ja, das ist ja nur eine Hülle, das ist ja, das ist ja eigentlich fast so ein bisschen, ich musste auch bei diesen Ligen, ich musste sehr an Avatar denken, also ich erzähle von Cameron, das ist, das sind, das ist eigentlich ähnlich, das sind eigentlich reine Avatar-Körper, die ja ohne Geist eigentlich nicht funktionieren können und deshalb können die halt auch da oben nicht arbeiten, aber ja, dieses, warum bauen sie nicht einfach nochmal nach, ich meine, sie hatten ja irgendwie so das, das, den, den Prototypen bei sich auf der Erde und weiß ich nicht, den werden sie ja vielleicht irgendwie aus dem 3D-Drucker gezogen haben oder so, aber das ist generell so ein bisschen die Sache, ähm, ja, also das ist auch die Schwäche, es ist ja eine alternative Version des Jahres 1969, deswegen haben wir auch halt diese komischen Kultisten, die ja sowas von, äh, anspielen auf Charles Manson, ne, also in, in dem Jahr auch, ne, 1969, ähm, also da, da spielt ja auch, glaube ich, Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino beispielsweise, das ist da alles so ein bisschen vage, also auch genau wie diese Technologie funktioniert, es ist halt wirklich, es ist genau eigentlich wie bei Cameron, die legen sich einfach hin und dann läuft das schon irgendwie, aber auf der anderen Seite, ja, es ist jetzt so die Frage, würde das woanders so wahnsinnig erklärt werden, weil es ist ja letzten Endes eigentlich nur Mittel zum Zweck, obwohl ich mir vorstellen kann, ich hätte es wahrscheinlich sehr interessiert, wie das genau funktioniert, oder? Durchaus, und jetzt muss ich natürlich aber auch so fair sein und sagen, bei anderen Folgen, wo ich vielleicht die Technik dahinter nicht so ganz raffe und jetzt einfach nur fasziniert bin, stelle ich diese Fragen ja auch nicht unbedingt, insofern okay, alles mal geschenkt, dafür gibt es bestimmt innerhalb der Serienlogik auch irgendwelche, also theoretisch zumindest eine Erklärung für, nur wo ich mich dann halt, also mir wirklich nicht gefallen hat, war das Ende, aus zweierlei Gründen, zum einen, es ist halt ein Bad End, kein Happy End und ich persönlich hätte mir durchaus vorstellen und fast schon wünschen können, dass sie so ein Happy End haben, wie nämlich in dieser Folge aus der letzten Staffel, mit hier Striking Vipers heißt die, also mit zwei Kumpels, die halt dann sich quasi besser kennenlernen, besser als sie vielleicht wollten, übers Zocken und dann einer virtuellen Realität sich sehr nahe kommen. So eine Art Ende, vielleicht noch regelmäßiger und intensiver, hätte ich mir sehr gut auch hier in dieser Folge vorstellen können, also generell ein Happy End hätte aus meiner Sicht gut gepasst, davon hätten alle profitiert, ja, unser Cliff hätte sich, hätte weiterhin den Arsch geben können, meinetwegen hätte man ja noch so ein Arc einbauen können, mit Cliff kann vielleicht zum Beispiel besser seine Kinder erziehen, ja, währenddessen David, der eher charmante, eher besser mit den Frauen kann und so hätten, wäre es für alle eine Win-Win-Situation gewesen, sich in diesen einen Replika zum Beispiel reinzuteilen, ja, aber nee, man hat dann nicht diese Entscheidung getroffen, man hat eine sehr viel radikalere Entscheidung getroffen und das finde ich eigentlich vor allem deshalb blöd, weil ich finde, dass der David Ross, der also von Josh Hartnett gespielte Charakter, dass der eigentlich zu 90 Prozent der Folge super sympathisch, super charmant ist, super zu vorkommen, der denkt mit, der will gefallen tun, der ist so ein bisschen zurückhaltend und auch nach seiner Trauerphase kommt er wieder in dieses Muster zurück, er ist weiterhin ein guter Mensch und die paar wenigen Worte, die der Cliff Stanfield ihm irgendwann am Ende der Folge quasi an den Kopf haut, weil es alles krass eskaliert, die sorgen dafür, dass er sich um wirklich 180 Grad dreht und etwas macht, was ich nicht nachvollziehen konnte, weil das ja nun wirklich für niemanden der Beteiligten irgendwas bringt. Nicht mal die, wie ich mir zunächst dachte, heilige Mission, die da quasi irgendwie im Weltall ausgeführt werden muss, warum man das macht, was man da halt macht, was auch immer, nicht mal die profitiert davon und ich verstehe diesen finalen Schritt nicht, außer er ist gekränkt. Ja, es ist natürlich irgendwie auch, ja, ich meine, das eigentliche Ende zwischen beiden, ich führe jetzt nicht so aus, was da noch ist, das zeigt ja eigentlich, dass sie da irgendwie zum ersten Mal wirklich auf Augenhöhe agieren und es ist natürlich auch sehr nach Extremen zwischen denen, also der eine verliert halt auf einen Schlag alles und muss damit ansehen, wie der andere eigentlich alles hat, was er mal hatte und das dann so praktisch geborgt bekommt. Und man kann es ja auch irgendwo nachvollziehen. Also ich würde auch nicht sagen, dass Josh Hartnitz Figur ein schlechter Mensch ist, aber auch ein guter Mensch kann natürlich auch schlechte Dinge tun und das zeigt diese Geschichte auch. Wobei, das ist für mich so eine durchgehende Schwäche eigentlich. Also ich mochte die Folge sehr, sehr gerne. Ich fand die schauspielerisch unglaublich stark und ich fand die auch, die war echt schön erzählt. Also zwar sehr entschleunigt, sehr ungewöhnlich für Netflix, aber trotzdem sehr schön erzählt, auch wenn man, ich hatte ja vorhin schon darauf referiert, glaube ich, aber hier dürfte klar sein, dass das ein Quarantäne-Skript ist. Also dass Charlie Brooker das wahrscheinlich mitten im Lockdown geschrieben hat und dass er dadurch ein bisschen Isolation und Einsamkeit wahrscheinlich auch verarbeitet hat. Ah, okay, du meinst also Flucht in, ja verstehe. Genau richtig. Also das er, das erinnert ja so ein bisschen an, weiß nicht hier, der Autor, der ursprünglich Alien geschrieben hat. Der hatte da irgendwie Depressionen, weil alle möglichen Projekte von ihm gescheitert waren. Darunter der abgesagte Dune-Film, aber führt jetzt zu weit. Für mich ist eine ganz, ganz große Schwäche, die aber dem Ganzen jetzt nicht irgendwie das Genick bricht. Ich finde alles wahnsinnig vorhersehbar und möglicherweise hätte man das auch in weniger als 80 Minuten erzählen können. Ich finde jetzt nicht, dass die Folge jetzt über Gebühr lang ist. Aber sie ist schon lang und sie hat auch ein bisschen Leerlauf zwischendurch, finde ich. Wobei es alles sehr schön erzählt ist und auch alles immer sehr charakterforciert. Ich war zum Beispiel sehr überrascht, dass hier Kate Mara als, als Frau von Aaron Paul, dass sie nicht einfach nur so ein Anhängsel ist, sondern dass sie auch wirklich starke Szenen und Momente hat und man eben auch ihr Handeln und, und ihre Gefühle und auch ihren Zwiespalt sehr gut nachvollziehen konnte, beziehungsweise dass dem auch Zeit gewidmet wurde. Ja, tatsächlich ist sie ja wirklich, also es sind ja drei Hauptfiguren letztlich. Sie ist eine davon und das ist schon auch okay. Ja. Sie macht mehr und sie ist ja letztlich auch Dreh- und Angelpunkt des Twists, des Zwists am Ende. Das finde ich schon, finde ich schon gut. Der, die Kinder, also gerade sein Kind, ist halt das, also keine Ahnung, was ist ein bisschen sinnlos, was da hier, das Stanfield-Kind, das hat auch irgendeinen Namen. Hätten wir jetzt gar nicht unbedingt gebraucht. Das macht eigentlich nur klar, was der, was der Cliff Stanfield, also der Vater halt für den Arsch ist eigentlich oder zumindest wie wenig Empathie der hat. Das ist halt alte Schule. Dafür ist es vielleicht geeignet. Ja. Und das macht natürlich auch deutlich klar, wo auch der Unterschied zwischen den beiden Astronauten liegt. Einfach der eine ist eher empathisch und emotional zumindest tendenziell, der andere eher kalt und zurückhaltend und kommt vielleicht scheinbar gar nicht auch damit klar, dass er zum Beispiel kein Sexualleben mehr hat. Das ist für den scheinbar ein deutlich größeres Problem, auch wenn es so nie ausgesprochen wird. Ja, das ist typisch, typisch für diese, auch, auch so, ich meine, die sind ja auch eher so, so, also klar, die sind da zwar aufs Land gezogen, aber du merkst direkt auch, dass die auch aus verschiedenen Gesellschaftsschichten kommen, ne? Also, dass Josh... Ja, Sie will Party machen eher, eher nicht so, ja. Genau, richtig. Und Aaron Potts Figur ist ja auch durchaus ein bisschen, der ist jetzt sicher, weiß ich, autoritär, aber auch schon irgendwie sehr, ja, äh, eher konservativ konnotiert als, als Charakter und dazu passt dann auch dieses, ach ja, also ich fasse eigentlich seit Jahren meine Frau nicht mehr an, aber, äh, wir reden da nicht so offen drüber, ne? Und generell über solche Sachen wird nicht so geredet. Man muss natürlich auch bedenken, in welcher Zeit das spielt. Das fand ich schon durchaus glaubwürdig, auch wenn ich irgendwie, ich weiß nicht, hat es so irgendwie ein bisschen Probleme, Aaron Paul in so einer Rolle irgendwie anzunehmen? Ja, ich kenne ihn ja tatsächlich eigentlich nur aus Ausschnitten aus Breaking Bad und, ähm, das ist eine ganz andere, eine ganz andere Figur. Westworld habe ich noch vor mir. Ich bin positiv überrascht, ich hatte von eurer Besprechung immer schon gehört, dass der einiges an Potenzial hat und finde aber eben auch, und das wäre mein letzter Punkt auch zu der Folge, dass er, was so diese Schauspielerische angeht und das, was ihm einfach das Drehbuch letztlich liefert, er hat Josh Hartnitz so ein bisschen an die Wand spielen, einfach weil der Josh hier nichts zu tun kriegt. Muss ein bisschen heulen, muss sich ein bisschen rasieren und muss das so, aber eigentlich, klar, er muss ein bisschen charmant sein am Anfang und am Ende und so, er hört schon, aber so im Vergleich ist das nochmal vielleicht was anderes, als das, was Aaron Paul da abliefert. Nicht, dass der Josh das nicht auch könnte, aber ich glaube, das Drehbuch gibt das einfach nicht her. Ja, das ist eben das Problem halt, weil, wobei, ich finde, dass Aaron Paul, ja, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr daraus machen können. Also, da wäre jetzt auch mal so meine Frage im Hinblick auf die innere Logik oder generell die Dramaturgie. Hattest du das Gefühl, dass du immer wusstest, wer gerade in dem Avatar steckt? Also, ich würde sagen, ja. Auch wenn wahrscheinlich geplant war, dass man es als Zuschauer nicht weiß. Ja. Aber schon, wie die, wie die, wie die, wie die Gestikens sind. Ja. Der ist viel, er lächelt viel mehr, ich möchte was meinen, er lächelt viel grenzdebiler, wenn der Josh da drin steckt. Ja, ähm, viel, 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 tanzt viel mehr, viel geschmeidigere, langsame, ruhigere Bewegungen. Art zu sprechen. Nicht so, Bauer, aggressiv, kurz angebunden, sondern halt eben so ein bisschen mehr der Künstler. Ich würde sagen, ja. Ich weiß aber nicht, ob das geplant war. Nee, ich glaube schon, dass das geplant war. Da hat das, ja, das ist für Josh Hartnett dann da an der Stelle einfach ein bisschen blöd, weil er ist ja nun mal die ganze Zeit eigentlich nur oben. Das hat, das hat auch ziemlich Interstellar-Vibes eigentlich teilweise manchmal, ne? On the Moon, muss ich denken. Das, das auch. Oder Nur Moon? Das auch, ja. Ja. Ja, Nur Moon, genau. Der ist sehr empfehlenswert mit Sam Rockwell, ne? Äh, das, das ist auch so ein richtig, äh, das wäre vor etlichen Jahren, wäre das mal eine Twilight Zone-Folge gewesen. Und letzten Endes ist ja Black Mirror. Äh, das Twilight Zone, das hier und jetzt. Aber, ja, das ist für Josh Hartnett dann da einfach ein bisschen, ja, undankbar irgendwo vom Skript her, weil, ja, Aaron Paul hat halt die Möglichkeit, mehr oder weniger beide Figuren in, ja, in, in einem Körper zu spielen, ne? Also, da, da gibt ihm das Skript einfach viel, viel mehr zu tun. Und das nimmt er auch dankbar an. Wobei, ja, also, also man hat schon gemerkt, ich hätte mir tatsächlich noch ein bisschen mehr so markante Ticks oder so was gewünscht, äh, von, von Aaron Paul. Aber er hat das, er hat das schon sehr gut rübergebracht. Also, äh, ich, ich weiß auch noch, also du hast ja grad kurz Westworld erwähnt, in der dritten Staffel hatte er da nicht wirklich viel zu tun. Dafür hat er in der vierten umso mehr richtig vom Leder gezogen. Also, was der da veranstaltet, das ist schon, das ist richtig, richtig stark. Und, ähm, ich find's auch schön, dass man ihn nach, also, hätte man ja auch davon ausgehen können, dass er nach Breaking Bad dann so ein bisschen in der Versenkung verschwindet, ne? Also, er hat ja dann danach Need for Speed gedreht, war jetzt auch nicht grade eine Sternstunde von ihm. Aber hier ist er, ist er großartig. Generell muss ich sagen, fand ich die Folge auch wahnsinnig, also, die, die ist sehr entschleunigt und sehr gemächlich erzählt, aber sie ist auch wirklich schön, schön inszeniert und auch echt stark gefilmt. Also, auch, äh, Szenen, wo sie mit so einem alten Auto wirklich fahren, beide sind nicht angeschnallt. Das war schon sehr, sehr gut gespielt. Nee, das ist halt wirklich schon Charakterkino. Es ist auch nicht so, also, das ist so die Frage, man könnte angelockt werden, dass das jetzt so klassische Science Fiction ist, aber es wirklich, es geht schon sehr wirklich in die Richtung von sowas wie Interstellar, ne? Und auch sehr auffällig, dass das auch mit so, ja, sag ich mal so, ländlicher Mentalität verbunden wird, ne? Da fällt mir halt wirklich, wenn ich auch grad so durch die Filmografie von Kate Mara klicke auf, dass die dann damit eigentlich auch ganz gut besetzt ist. Die war ja schon bei Brokeback Mountain dabei, die hat bei Marsiana mitgespielt und so. Hat die nicht auch hier Fantastic Four? Genau, da war die auch im Start und so. Gut, ich mein, das passt jetzt vielleicht tatsächlich gar nicht mehr so atmosphärisch dazu, aber die anderen genannten Dinge auf jeden Fall. Ja, ich glaub so, 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 die Hübsche vom Land, das kann sie, aber auch diese Science Fiction Interessen, die hat sie scheinbar auch. Ja. Es gibt irgendwas aktuelles, Class of 09, keine Ahnung. Okay. Scheint mir auch Science Fiction zu sein, muss ich mal gucken. Miniserie, mhm. Sehe ich auch. Ja. Und natürlich House of Cards, da fand ich sie auch schon toll. Da fand ich sie auch sehr, sehr stark tatsächlich. Ich hab ja, ich hab von ein paar Jahren, den haben wir auch, glaube ich, hier besprochen, so einen Film, den hat sie, da hieß es noch Ellen Page, nicht Elliot Page, wie heute mittlerweile. Ja. Das, das, das war so ein Drama mit ihnen beiden irgendwie Todesstrafe und die verlieben sich dann und so. Ich fände schön, die ehrlich gesagt mal öfters zu sehen, aber ich frage mich trotzdem, geht's der Frau gut? Also, es hat mich so abgelenkt. Die hat, die ist ja, also, ihre Schwester ist ja Rooney Mara und die ist ja auch sehr filigran und zierlich. Vielleicht war sie auch einfach so geschminkt und sollte ein bisschen unzufrieden und entpartisiert wirken. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, natürlich auch sehr alleingelassen, ne? Äh, Beyond the Sea, unterm Strich für mich trotzdem die beste von allen fünf Episoden. Und das ist auch mein Fazit dazu. Hast du nur noch was zu ergänzen? Also, es ist schon eine der, der stärkeren auf jeden Fall. Es ist, die ist, die ist sehr, sehr schön gespielt und auch geschrieben. Wie gesagt, ich fand's halt alles vorhersehbar bis auf das Ende, was du ja kritisiert hast, weil das Ende oder zumindest die Drastik, die hat mich tatsächlich überrascht. Ich weiß auch nicht, vielleicht, weil man irgendwie so ein bisschen, ja, fast schon eingelullt war in dieser Atmosphäre und Stimmung und dann BÄM! Auch wenn es nicht so wirklich gezeigt wurde, aber das hat mich schon, das hat mich schon mitgenommen. Das hätte so ein schönes Ende werden können. Irgendwie so eine quasi versteckte, offene Beziehung oder Dreiecksbeziehung in den 60ern und so. Das hätte echt so toll werden können, weil das ja auch was wäre, was der lokalen Gesellschaft so der Form dann auch nicht aufgefallen wäre und so. Das hätte wirklich, hätte, hätte positiver enden können und wäre trotzdem eine tolle Geschichte geworden. Ist es nicht, sie ist anders geendet und ob es euch gefällt oder nicht, liebes Publikum, müsst ihr selbst rauskriegen und euch Folge 3 anschauen. Und dann sind wir jetzt auch bei Folge 4 und Folge 4 mit dem Titel Maisie Day ist so eine Folge, die, glaube ich, nicht so gut ankommt bei einigen Menschen. Wir erleben Sassy Beatz, die hier die Bo spielt, dabei, wie sie ihren Job macht, denn sie verkauft nicht nur Kaffee im örtlichen Starbucks oder ein vergleichbares Unternehmen. Sie ist quasi Paparazzi. Ja. Und auch nicht irgendeine Paparazzi. Das ganze Spiel, glaube ich, würde ich sagen, in den 90ern, Anfang der 2000er. Mitte, Mitte der 2000er. Da wurde einmal Mitte der 2000er. Genau, da wurde die Geburt von hier Suri Cruise erwähnt, der Tochter von Katie Holmes und Tom Cruise damals. Ah ja. Ja. Gossip. Ja, Gossip tatsächlich. Also sie ist halt Boulevard Paparazzi. Sie hat irgendwelche guten Quellen. Sie weiß genau, wo sie hinfahren muss, um Fotos von Leuten zu kriegen und verdient damit halt irgendwie ihr Geld und scheint das Ganze auch ganz gut zu machen, weil sie tolle Kontakte hat. Wir sehen hier natürlich auch, also wie gesagt, was waren es 2000? Die 90er waren es. Windows XP oder jemand, der sich mit einem Modem einwählt und dann gibt es ja diese Modem-Geräusche und so. Das fand ich alles ganz nett. Die ersten Apple-Kopfhörer, Apple-iPod-Mini oder so, wurde mir das angedeutet. Genau, genau. Und es hat ja tatsächlich auch einfach, es hat auch Schattenseiten, dieses Dasein. Und irgendwann, da gibt es so diesen Moment, wo diese eine krasse Schauspielerin, die scheinbar alle kennen, die ist untergetaucht. Sie ist weg. Und für Fotos von ihr, gerade für vielleicht auch Fotos davon, wie sie halt so aussieht, als wäre sie drogenabhängig oder so, bringen verdammt viel Kohle. Und unsere Bo, gespielt von eben Sassy Beatz, macht sich auf den Weg, um sie zu finden, um Fotos von ihr zu schießen. Und sagen wir mal, es escaliert total. Und es wird auch wieder so pseudo-gruselig. Und vielleicht ist das auch einfach alles ein bisschen absurder Schmodder, der ganz neue Wege einschlägt, was Black Mirror angeht, oder Dom? Nennen wir es so, ja. Ich meine, man konnte sich ja schon ein bisschen auf irgendwie was einstellen, dass, also Charlie Brooker hatte ja verkündet, dass er ja so ein bisschen eine Formel drehen will und irgendwie auch mal ein bisschen frei drehen will. Und ich hatte es ja schon erwähnt hier im Hinblick, nee, hatte ich nicht erwähnt hier, ChatGPT hatten wir ja vorhin schon in den Raum geworfen. Und Charlie Brooker hat ja tatsächlich versucht, also er hat tatsächlich wohl versucht, von ChatGPT eine Black Mirror Folge schreiben zu lassen. Und hat dann aber gemeint, ja, das war nicht verwertbar, weil das hat sich einfach nur Elemente aus allen möglichen anderen zusammengeklaut. Und ich muss leider sagen, das hier ist zwar das Gegenteil, also es klaut sich nicht andere Elemente, ja doch, von anderen Sachen nur, also überall her, nur nicht von Black Mirror. Aber ganz ehrlich, ich habe die These, dass diese Folge von ChatGPT geschrieben wurde. Allein schon, weil sie so lächerlich kurz ist. Die geht ja wirklich knapp eine halbe Stunde mit Abspann, vielleicht 40 Minuten. Also mit den ganzen Synchronsprecher, schlag mich tot, Tafeln. Und, boah, ja, machen wir es kurz. Das ist für mich, also es ist nicht nur der absolute Tiefpunkt der Staffel, sondern das ist womöglich eine der schlechtesten Folgen der gesamten Serie. Warum eigentlich? Ich meine, es ist doch gut gespielt oder nicht? Warum? Es ist gut gespielt, es ist auch ganz ordentlich inszeniert. Das muss man sagen, die Regisseurin ist tatsächlich eine Deutsche. Ich weiß nicht, ob dir der Name vielleicht aufgefallen ist, Uta Brisewitz. Das ist eine Regisseurin hier aus Leverkusen, ehemalige Kamerafrau, was man auch sehr merkt bei ihrer Regie. Und die hat unter anderem auch mal eine Folge Westworld inszeniert, die absolut großartig war. Sacy Beatz hat ja eigentlich auch deutsche Wurzeln, soweit ich weiß. Ich mag die eigentlich auch ganz gern. Ich meine, die hat immer schon Joker mitgespielt, ist jetzt auch im zweiten Teil drin, munkelt man zumindest. Die macht auch, was sie kann. Aber ja, das Skript ist halt einfach, also wie soll ich sagen, diese Folge geht ja 40 Minuten und ich hab sie jetzt tatsächlich für diesen Podcast nochmal gesehen beziehungsweise durchlitten. Und bei mir ist es wirklich so, die fängt ganz solide an und alle zehn Minuten sinkt sie weiter ab, um dann im letzten Viertel komplett auseinanderzufallen. Weil du mit diesem übernatürlichen Ansatz, sag ich mal, nicht zurechtkommst? Oder was genau ist es, was das, was, was, das dir nicht gefällt? Äh, ich komm mit diesem übernatürlichen Ansatz nicht zurecht. Der wirkt auf mich total gewollt und hat ehrlich gesagt mit, ich, 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 ich weiß, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Also vielleicht ist Charlie Brooker da auch sehr dem Erlegen, dass er um biegen und brechen Zuschauererwartungen, äh, äh, unterlaufen will oder sonst was. Er mag das ja auch tun auf eine sehr spezielle Weise, aber das heißt nicht, dass es funktioniert. Wie hat denn dir insgesamt eigentlich die Folge gefallen? Ja, ich fand dann das Ende wirklich affig. Also gerade, weil dieser technische Ansatz zu Beginn ja da war mit diesen ganzen Windows-Einblendungen und so, da kommt ja dieser kleine Nerd aus mir raus. Ich hab ja in der Zeit auch ständig vor Bildschirmen gehangen und genau diese Dinge auch gesehen und so. Und dann musste ich irgendwie Fotos importieren und so. Und das fand ich alles ganz cool. Man hätte hier tatsächlich auch ein bisschen was damit machen können, wie sie als Paparazzi letztlich das Leben von Menschen beeinflusst, auch zum Negativen beeinflusst. Wurde ja am Anfang. Wir haben ein Beispiel von einer Person, die sie dann genau ist gleich zu Beginn in einer der ersten Szenen, eine Person, die dann bei sehr privaten Treffen fotografiert wird und das sorgt dafür, dass dieser Schauspieler dann da sich umbringt, weil ihm, er will das halt nicht öffentlich machen, seine Homosexualität. Das war zu dem Zeitpunkt natürlich auch was, wo halt Menschen dann scheinbar, das war ja noch einfach eine andere Zeit. Aber ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass da noch mehr draus kommt. Also wie sich halt diese Paparazzi-Welt in den 90ern darstellt. Ich meine, ähm, der ganze Tod von Lady Die Die, wir hatten es vorhin auch eben kurz angesprochen, ist ja auch so ein Paparazzi-Ding, die total drunter gelitten haben, auch unter dieser Öffentlichkeit und so. Da hätte man meines Erachtens ganz viel draus machen können. Und dann geht man am Ende halt einen komplett anderen Weg. Und wenn man diesen komplett anderen Weg sieht, dann fühle ich mich so ein bisschen erinnert an Filme, die ich auch schon beim Fantasy-Filmfest gesehen habe. Und frage mich, ob es nicht vielleicht viel besser gewesen wäre. Wir hätten die ersten drei Viertel des Films, äh, dieser Folge, äh, gekürzt auf 20 Minuten. Und dann hätten wir halt einfach unser, äh, ja, also sagen wir es jetzt, naja, ich weiß nicht, ob ich es sagen soll, aber unseren Grusel-Part zum eigentlichen Film gemacht. Da hätten wir nämlich einen Genre-Film, mit ein bisschen Splatter, ein bisschen irgendwie verschanzen meinetwegen im Restaurant oder so gehabt. Aber auch die ganze Restaurant-Geschichte, es ging ratzfatz, zack, war das Thema durch. Also das hätte durchaus spannender werden können. Dann wäre es halt ein Standard-Genre-Film geworden, aber immerhin. Und so hier ist es irgendwie so nix Halbes und nix Ganzes. Auch wenn ich per se Ceci Beats ganz gern sehe und es ein bisschen schade finde, dass ich jetzt gehört habe, dass sie wohl im quasi Comeback von Deadpool, also wenn er demnächst beim MCU wieder dabei sein wird, sie wohl nicht gefragt wurde, ob sie wieder am Start sein möchte. Oh, schade. Ich muss sagen, also ich mochte sie in Joker eigentlich ganz gerne und sie, sie macht auch hier, äh, das Beste draus, aber ja, sie hat halt wirklich ein, zum Ende ein wirklich mülliges Skript abbekommen, muss man leider einfach sagen. Und, äh, es ist wirklich, also der Genre-Part ist, er ist nicht spannend inszeniert. Er ist einfach, er ist einfach nur dazu da, um die Erwartungen zu unterlaufen und dann irgendwie was völlig anderes zu machen. Und ja, diese Paparazzo-Nummer, wir hatten ja gerade schon, wir haben jetzt schon mehrere Mal Lady Di referiert. Und da frage ich mich, warum haben sie das nicht so gemacht? Warum wird das hier Anfang der 2000er gemacht und nicht zum Beispiel Ende der 90er? Man hätte da, anstatt hier Surrey Cruise, das interessiert keine Sau, man hätte stattdessen sagen können, ach ja, hier, das mit Lady Di oder was, äh, oder irgendwie so in der, in der La Tüchte um, um die Zeit herum. Das hätte wunderbar gepasst. Also nicht, dass man jetzt hier Lady Di hätte reinbringen können, aber das wären wunderbare Aufhänger gewesen für diese ganze Paparazzo-Nummer, wo dann auch Sacy Beats Figur einfach moralisch irgendwie merkwürdig ist, weil erst, wie sie sich irgendwie aus dem ganzen Geschäft zurückziehen, weil der Typ sich aufgehängt hat wegen ihr, dann, ach ja, nee, die fette Belohnung winkt dann doch wieder. Dann macht sie gegenüber ihren Kollegen und Kolleginnen irgendwie eine auf Moralapostel. Und dann gibt es diese, zugegebenermaßen die Schlussszene und das Schlussbild ist richtig schön böse. Also das war wieder Black Mirror. Da kam es wieder für einen Moment zurück. Aber was ihre Figur angeht, ich, ich, ich werde da nicht schlau raus. Wobei in der finalen Szene ist dann da auch so die Frage in meinem Kopf gewesen, ja, wer ist jetzt hier eigentlich wirklich das Monster, ne? Das war so, ähm, auch in dem Blick auf, auf diese ganze Paparazzo-Kiste noch das Interessanteste. Ich, ich will nicht sagen, dass diese ganze Folge komplett missraten ist, aber die bricht am Ende auseinander in einem Maße, was mich wirklich sprachlos gemacht hat. Ich sehe schon, dass es unsere, uns verbindet ein Stück weit hier in diesen einzelnen Folgen, auch aus verschiedenen Perspektiven heraus, aber letztlich dann doch, dass wir einfach gewisse Erwartungen haben an Black Mirror Folgen und diese hier aus unseren individuellen Perspektiven halt oft nicht befriedigt werden. Und das liegt vielleicht auch daran, dass du, wie du ihn gerade, wie du es ja gerade gesagt hattest, Charlie Brooker hier scheinbar immer die Erwartungen brechen will. Ob das jetzt so gut ist, mag ich mal wirklich bezweifeln. Ja, Subvert the Expectations ist ja eigentlich eher Ryan Johnsons Ding, aber ja, vielleicht ist es auch irgendwie so ein gewisser Trotz. Also ich meine, was man ja, also ich hatte auch mal mit dem Kollegen Stu darüber gesprochen, schöne Grüße, der hat sich ja tatsächlich drei Folgen angesehen und zufälligerweise die kürzesten. Er meinte, er mochte das halt, dass das, also das halt da bewusst die Erwartungen gebrochen werden, dass was völlig anders daraus gemacht wird, was mich halt unglaublich stört. Also Medienkritik, ja, auch wenn sie hier halb gar ist, kann ich mit leben. Tech-Kritik, ja gut, muss man sich bei der Staffel irgendwie fast schon von verabschieden, wie wir jetzt festgestellt haben. Aber es tut mir leid, diese übernatürlichen Elemente, die passen umbiegen und brechen für mich nicht ins Bild. Und das ist, das ist das große Problem. Es ist auch nicht so, dass das irgendwie jetzt wahnsinnig schlecht inszeniert ist. Es wirkt einfach wie etwas aus einer völlig, also du hast es ja schon deutlich gemacht, du könntest zwei Drittel oder drei Viertel dieser Folge abschneiden und aus diesen, aus diesen letzten zehn Minuten einen eigenen Film machen. Und daran merkst du, dass das, dass das überhaupt nicht da reinpasst. Weißt du, wann ich es geschluckt hätte? Ja. Wenn dieser übernatürliche Aspekt irgendetwas so ein krasses, so technischen Aspekt gehabt hätte. Ja, zum Beispiel. Also wir reden immer um heißen Brei. Ich weiß nicht, sollten wir wahrscheinlich weiterhin tun, um nicht zu viel vorwegzunehmen. Aber stell dir vor, diese Veränderung, die dann da irgendwie stattfindet, wäre aufgrund von Naniten oder Nanobots, die irgendwie aus so einem, keine Ahnung, Labor irgendwo auch immer rausgebrochen sind. Und dann gibt es halt so eine Invasion, so wie so Zombies. Hatten wir aber schon. Ja, okay. Aber dann halt irgendwie so. Dann hätte ich es halt wenigstens, da hätte ich es hingenommen. Aber auch das nicht. Oder irgendeine Designer-Droge oder irgendeine Scheiße. Irgendwas mit, also hier Rehab kam ja auch schon vor. Mir tut auch leider hier diese, wie heißt sie, Clara Rougard oder wie die heißt, die ja diese Macy Day spielt. Die tut mir echt leid. Also die liefert auch nicht schlecht ab oder was. Aber das gibt ihr ja wirklich gar nichts zu tun. Die ist ja, die taucht irgendwie einmal kurz auf, darf irgendwie mehr schlecht als recht ihren Bridgerton-Text da lernen. Und dann ist sie eigentlich nur ein MacGuffin die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, also auch, was mich halt total irritiert an dieser Folge ist einfach diese Lauflänge. Also diese 40 Minuten, weiß ich nicht. Und dass das dann halt am Ende wirklich auch überhaupt nicht zusammenpasst, diese beiden Genre-Elemente, die wir jetzt wirklich angesprochen haben. Das verwirrt mich einfach. Das wirkt auch so, weiß ich nicht, als hätte Charlie Brooker auf halber Strecke irgendwie keine Lust mehr gehabt. Oder sich gedacht, oh, jetzt natze ich die Leute aber mal so richtig. Aber nee, also sorry, das ist, es ist, es ist keine absolute Vollkatastrophe, aber ich war, als ich das das erste Mal gesehen habe, war ich wirklich sprachlos, was sie, was sie da gemacht haben. Und da bin ich auch wirklich, also, also da ziehe ich die Miley Cyrus-Folge noch vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das will was heißen. Ja, mega. Ja. Schade, wenn das hier wirklich, ich täte mich jetzt schwer, auch auf die Schnelle eine Folge zu finden, die ich weniger mochte. Aber ich habe die auch nicht alle so griffparat wie du. Aber tendenziell ist sie wirklich bei den Schlechteren mit dabei. Und dann könnten wir uns auch schon um die letzte der fünf Folgen der Staffel kümmern. Diese trägt den Titel Demons 79. Und das Ganze spielt in Nordengland 1979. Eine junge Schuhfachverkäuferin, die genau gar nichts mit Erbandi gemein hat. Trägt den Namen Nida, wird gespielt von Anjana Vazan. Und die führt ein ganz schlichtes, einfaches, stilles Leben. Sie ist tendenziell eher introvertiert. Und auch das Umfeld, das soziale Umfeld, in dem sie da so lebt, macht es ihr nicht leicht, denn die sind alle so ein bisschen latent bis offen rassistisch. Ja. Als augenscheinliche Inderin ist sie da, wie gesagt, in einer Situation, in der sie sich lieber zurückzieht und keinen Ärger sucht. Eines Tages muss sie aufgrund von Gründen mal woanders essen. Sie macht Mittagspause. Sie hat ihr spannendes Essen dabei, das irgendwie spannend riecht. Und irgendwie nimmt sie dann was in die Hand. Das wird uns, glaube ich, als Rune vorgestellt. Das ist so ein kleines weißes Steinchen mit einem lustigen Symbol drauf. Und plötzlich fängt dieser Stein an, mit ihr zu sprechen. Genau genommen ist es nicht der Stein, der mit ihr spricht, sondern Garp. Garp ist ein Dämon und wird gespielt von Papa Essie-Dieu. Und dieser nimmt Kontakt zu ihr auf und sorgt dafür, dass sie jetzt die Chance hat, die die Wahl hat viel eher. Soll ganz bald die Welt untergehen durch den Atomkrieg oder aber tötet sie vorher drei Leute, die, was ja wiederum dafür sorgt, dass scheinbar vermutlich irgendwelche Götter oder wer auch immer befriedigt sind und damit die Apokalypse abgewendet wird. Ob sie das tut, was sie tut und warum sie es tut oder vielleicht auch nicht tut, das kriegt dann schon selbst raus. Und ich muss sagen, ich fand das auch überraschend. Ich fand das auch nicht so technisch, wie ich gehofft hatte. Aber ich fand es trotzdem ganz cool, glaube ich. Auch weil da irgendwie so ein bisschen Humor drinsteckt und viel Atmo und halt auch, ich finde es sehr gut, dass diese 70er, 79er-Ding da so eingefangen ist. Also unser Garp, der Dämon, wird dann da ja auch porträtiert oder für was anderes. Und er nimmt dann die Gestalt eines Tänzers, ich glaube von Bonnie M. Und was ja der Grund ist und was für Möglichkeiten der so als Dämon hat, auch unsere Nieder, unsere Protagoniste davon zu überzeugen, zu tun, was sie tut. Fand ich alles irgendwie ganz cool. Ich sag mal so, ich habe die Folge vorhin im Freibad geguckt und mit Lautsprecher und ich habe mich ein bisschen weiter weggesetzt und ich fand es gut, dass das ganze Geschreie und Gehämmerer von auf Schädel und so, dass das nicht jeder mitgekriegt hat. Ja, aber das sind meine ersten wahllos gesprochenen Eindrücke zu Dämon 79. Was meinst du denn, Dom? Oh, ja, also ich mochte die Folge durchaus, aber hier ist es halt genau umgekehrt wie bei der vorherigen Folge. Die hat eigentlich mit Black Mirror nahezu gar nichts mehr zu tun. Also sie setzt natürlich so das Hauptmotiv der Staffel, was sich durchzieht, nämlich Horror, führt sie eigentlich am deutlichsten aus, wie ich finde. Also auch halt mit schönen Bezügen wirklich zu alten Horrorfilmen. Also halt allein schon das ganze Intro. Da wird auch ein bisschen verhandelt, dass das hier eigentlich nicht wirklich eine Black Mirror Folge ist, weil hier fehlt ja das klassische Bildschirmzerbrechen, was man ja immer kennt. Da steht ja auch dann irgendwie, ach ja, Black Mirror presents Red Mirror. Also sie gehen da irgendwie auch bewusst mit hausieren. Also ich mochte die Folge, aber es ist keine gute Black Mirror Folge. Und obwohl die, also das ist halt so paradox, während die vierte Folge halt ein total merkwürdiger Mischmasch ist, zumindest mit Spurenelementen dessen, was die Serie eben auszeichnet, hat die hier gar nichts mehr davon und ist aber für sich genommen trotzdem besser und auch unterhaltsamer. Vielleicht, weil sie auch deutlicher eigentlich wirklich weiß, was sie will. Also diese Folge, die weiß ganz genau, was sie sein möchte und was sie ist. Und das ist das große Problem der vierten Episode gewesen, aus meiner Sicht. Hier ist es natürlich mit über natürlichen Elementen eigentlich total auf die Spitze getrieben. Ich mochte allerdings die Ausführung dessen und ich muss sagen, dieser, ach Gott, wie heißt der Schauspieler? Äh, ja, Papa, is he, du? Oder so ähnlich. Äh, du kanntest den nicht, ne? Boah, ich muss, ich kriege ja auch so durch, was ich von dem kennen könnte. Und mir sagen, da gut ich weiß, dass es Man gibt. Genau. Ja, Man. Und Gangs of London haben wir ja auch schon besprochen hier, deswegen weiß ich, dass es das gibt. Aber ich kann da sonst nicht viel mit dem anfangen, ja. Okay, also ich kannte ihn halt, äh, aus seiner kleinen Rolle in, in, äh, Man. Da hat er auch nicht viel zu tun. Ist eigentlich auch eher ein McGuffin. Äh, ich muss sagen, der steht hier echt die Show. Ich fand den wahnsinnig unterhaltsam. Der hat auch, äh, schönen Humor reingebracht und die ganze Dynamik zwischen ihm und ihr. Äh, ich weiß nicht, äh, du bist ja, glaube ich, nicht so Anime-affin, aber hast du Death Note gesehen? Ähm, ja, die ersten zwei, drei Folgen habe ich mal gesehen. Das ist ja eigentlich, und nicht nur Anime, das ist ja eigentlich auch vor allem Manga. Ähm, ja, tatsächlich, da geht es ja, glaube ich, auch so ein bisschen um diese Gespräche. Wen töte ich hier? Wann? Warum? Welche Situation habe ich? Was machen die Leute? Und so. Ja. Das stimmt, das hat mir auch wirklich gut gefallen, dass, ähm, wie die da miteinander umgehen und auch, welchen Wandel sie dann zum Beispiel auch hat und welchen Grund es gibt, Menschen zu töten und eben vielleicht auch nicht zu töten. Ähm, das ist eigentlich, eigentlich sind das auf jeden Fall mit so die, die besten Teile der, der Folge, auf jeden Fall, ja. Ja, und sie haben ja auch, äh, durchaus intelligente Anleihen genommen am damaligen Zeitgeist, ne? Also, das spielt ja hier irgendwie so ein bisschen fast noch hier, äh, weiß nicht, Margaret Thatcher lässt grüßen und da ist ja auch, also, äh, nicht nur, dass sie irgendwie Alltagsrassismus zu spüren bekommt, sondern da zieht ja auch politisch irgendwie was herauf, ne? Also, da wird ja einmal eine Rede gehalten, die könntest du lupenrein auf die AfD hier übertragen. Ähm, und, ähm, da hätte man noch mehr daraus machen können, finde ich, vor allem zum Ende hin, aber ich mochte es irgendwie, ich mochte diesen, diesen leichten Humor, die, die Bildsprache hat mir gefallen, diese Folge ist auch wieder sehr, sehr britisch, die ist ja auch von einem britischen Regisseur inszeniert, also hier Toby Haynes, der hat unter anderem mal eine Folge Sherlock gedreht und vor allem, äh, der hat zuletzt sehr, sehr viele Folgen von Endor gemacht, auch. Ach ja. Äh, die ja, die ja auch größtenteils in Großbritannien gedreht wurde und, äh, dahingehend war es auch stilsicher, ich finde das, ich finde das Plakat, äh, zu der Folge auch total toll, was wir jetzt hier dann vielleicht gerade einblenden. Das ist ja wirklich shining reference at its best. Ja. Das hat dahingehend auch funktioniert, ja, ich fand so, also diese übernatürlichen Elemente war alles, was, was so um den Darsteller, der wirklich lupenrein halt aussieht wie dieser Sänger. Äh, das hat für mich alles funktioniert, so dieses, ach ja, irgendwie, ich mache jetzt irgendwie meine große Todesengelprüfung und so, ach ja, das war ganz okay, das Ende war irgendwie auch böse, ironisch, das war ja auch eindeutig wohl inspiriert an diesem, äh, äh, hier Songtext irgendwie von Art Garfunkel, soweit ich weiß, weiß nicht, irgendwie Bright Eyes. Ach ja, okay. Ich fand die Folge tatsächlich, ich meine, es war ja, doch, das war die zweitlängste Folge der Staffel, die ging so 75 Minuten, ähm, ich fand die angesichts dessen sogar relativ kurzweilig, oder ich weiß nicht, konntest du die so gut weggucken im, im Schwimmer zwischen Kindergeschrei und. Ja, ich habe echt die Dunkelstelle gesucht, die ich hier gefütten konnte, so, also, ja. Äh, ich fand die auch kurzweilig, ich fand das Ende übrigens ganz gut, also ich fand gerade das unmittelbare Ende, ja, also was, wie es unseren Figuren dann ergeht und so. Ja. Ich fand das cool, ich glaube, das war so, das war es eher von, von den allen fünf Folgen das, wo ich da am, am ehesten noch so mit einhergehen konnte, vielleicht auch, weil das hier ja dann irgendwie dann doch ein Happy End war irgendwie. Ja. Ähm, das hat mir persönlich, hat mich dann schon noch angesprochen. Mhm. Und, ähm, mich im guten Gefühl rausgehen lassen, das hat mich nicht gelangweilt. Ja, nee, also ich, ich fand's, ich fand's, äh, inszenatorisch, äh, toll hier, kann ich noch kurz erwähnen, da, ähm, da sind ja immer mal wieder, äh, also sie, du hast ja schon gesagt, sie ist eine sehr introvertierte Person und jedes Mal, wenn sie sich irgendwie so vorstellt, Leuten endlich mal die Meinung zu geigen oder ihnen einen richtig hart vor Natt zu knallen, äh, wird das ja wirklich so, so grieselig inszeniert, fast wie im Grindhouse-Kino früher, ne? Also hat sehr was von hier Tarantino, Grindhouse und so. Ähm, insgesamt mochte ich die Episode, aber ich frag mich trotzdem, was sie in Black Mirror verloren hat und hier spätestens, also auch im Hinblick auf die vierte Folge, hier hast du das Gefühl, dass, äh, Charlie Brooker Black Mirror eigentlich nur noch als so ein, so ein Gefäß benutzt für das, worauf er gerade Bock hat. Ja. Weil hier ist halt wirklich gar nichts, hier ist keine Medienkritik, hier ist, äh, kein technologischer Aspekt, das, das könnte lupenrein ein Horrorfilm aus der Zeit sein und das mochte ich für sich genommen auch wirklich gar nicht. Ich fand auch, ich fand auch die Hauptdarsteller recht super, die ist schön gewachsen auch in ihrer Rolle, äh, und die Dynamik mit, mit ihrem, äh, Konterpart war auch super, aber man fragt sich trotzdem, wie ist das hier hingelangt? Absolut, wie wir hier hingelangt sind, das weiß ich, Dom. Wir haben uns nämlich die aktuelle Staffel von Black Mirror angeschaut und kommen zu einem sehr durchwachsenden Ergebnis, glaube ich. Wir haben die einzelnen Folgen besprochen und ich würde mal so eben festhalten, dass das eine Staffel ist, die nicht repräsentativ für Black Mirror als Ganzes steht, die sicherlich einzelne Highlights hat, aber mich insgesamt nicht so gut unterhalten hat wie andere Staffeln, gerade weil ich insbesondere die ganzen technischen Sachen, die Innovationen und auch ein Stück weit die Technikkritik, die da oft in den Folgen drin steckt, hier in der Form nicht bekommen habe, was nichts daran ändert, dass es handwerklich natürlich alles voll toll war und hier auch schöne Dialoge drin waren. Wie gesagt, ein paar tolle Ideen, aber ich glaube, ich würde diese Staffel hier, wie gesagt, am wenigsten empfehlen im Vergleich zu anderen Staffeln, in die ihr, liebes Publikum, gerne auch einfach wahllos mal reingucken könnt. Da gibt es einige tolle Folgen, die wir hier auch schon mal punktuell erwähnt hatten. Ihr könnt gerne nochmal die Besprechung reinhören zur Staffel 5. Dom, wie sieht es aus mit deinem Fazit zur Staffel? Also mir hat sie schon besser gefallen als die vorherige, allein schon unter dem Gesichtspunkt, dass man eben diesmal nicht nur drei Folgen bekommen hat, aber sie hat irgendwie so ein bisschen, für mich steckt da irgendwie das Ganze so ein bisschen in der Identitätskrise und wenn du dir das dann jetzt so anguckst, das hier ist ja dann, also hatte ich ja schon gesagt, rückwärts muss man die Reihenfolge betrachten, das hier ist die erste Folge, die Ruka geschrieben hat und die andere, also hier die mit Samma Hayek, die allererste, ist dann eben auch die letzte, die er verfasst hat und ja, du kannst wirklich so ein, also ich meine, das hier ist ja wirklich der handfeste Horror-Höhepunkt und dieser Horror-Aspekt, der zieht sich ja durch die gesamte Staffel durch. Die Samma Hayek-Folge kommt dann eigentlich wieder da an, wo Black Mirror eigentlich hingehört für mich und deshalb habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass Charlie Brooker, vielleicht weiß er nicht, vielleicht hat ihn irgendwie kreativ Wut gepackt im Lockdown. Ich habe den Eindruck, dass er so rückwärts über die Staffel hinweg wieder zu seinem Ursprungskonzept zurückfindet, aber dass er damit ruhig auch ein bisschen spielen kann. Ja, es ist eine Durchwachsene Staffel, ich habe sie trotzdem mehr genossen als die, als die dritte. Und für mich war Black Mirror, also klar, hat es ja schon gesagt, hier Technikkritik und so, die ist auch in Spurenelementen immer noch vorhanden und Medienkritik für mich auch. Hier war es mir aber teilweise punktuell manchmal zu sehr on the nose oder zu wenig, je nachdem. Ja, insgesamt ist es trotzdem noch sehenswert, vor allem wirklich hochwertig produziert. Das, das kann man nicht anders sagen und es sind auch wirklich tolle schauspielerische Sachen dabei. Ist in jedem Fall sehenswert, aber ja, man darf gespannt sein, ob da überhaupt noch eine siebte Staffel wird oder ob Charlie Brooker sich so langsam mal andere Leute mit ins Boot holen sollte, was wir auch schon mal, glaube ich, am Ende von Staffel 5 gesagt hatten. Hier jetzt bei Demon 79 war ja sogar jemand anderes mit am Werk, aber vielleicht sollte der mal über einen Writer's Room nachdenken, sonst hat er sich kreativ wirklich so ein bisschen erschöpft, habe ich das Gefühl. Wenn ihr euch kreativ noch ein bisschen erschöpfen wollt, dann tut das gerne in den Kommentaren, die ihr gerne hinterlassen könnt, auf unserer Website zum Beispiel, tele-stammtisch.de. Da gibt es immer spannende Beiträge zu den einzelnen Podcast-Ausgaben oder aber ihr macht das auf Social Media. Ihr könnt uns überall dort folgen und Likes dalassen, wo man das halt eben so machen kann. Und warum sollte man das tun, Dom? Weil wir es verdient haben und weil wir überall zu finden sind, wo es Likes gibt. Ganz genau, auch zum Beispiel auf YouTube und so. Lieber Dom, es war mir persönlich eine große Freude, mit dir über die Staffel 6 zu sprechen. Absolut. Und falls es eine Staffel 7 gibt, sind wir gesetzt, oder? Gleiche Stelle, gleiche Welle, auf jeden Fall. Alles klar, dank dir. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Aplausos 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 Aplausos